Verdammt. Polish Girl. Geil. Das hatte ich gerade schon gesagt. So, erzähl mal was, Leute. Hier sind wir jetzt dabei. Und da bleibt nur die eine Frage. Oh, so ist das auf dem Fernsehen? Auf dem Telefon? Der Dings, der Blitz. Korrekt. Auf dem Telefon. Hm? Also redet der? Naja, freilich. Hm-hm. Ich sag da immer nur. Oh Mann, warum lach ich darüber? Weil du innen schon immer noch 5 Jahre alt bist. Oh schön, wenn man auch noch lachen kann. Das ist A, das ist irgendwie falsch. Lüge doch nicht. Ach, ich spiel ein bisschen mit dem Sand vor. Ich spiel da drüben. Ekelhaft. 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 Ja, aber diesen Blitzdurchfall da lustig. So, der ist dann mal künstlich erzeugt. Ne, der ist ursprünglich nicht künstlich erzeugt. So, ich hab mir voll die Pro-Tipps abgeguckt. Man muss hier... Ja, lass mal den Durchgang oder ich weiß nicht. Komm mal einen. Also hier braucht man keinen. Also eigentlich brauch man keinen, weil... Ah, ich brauch mal keinen, weil... Du Kregs hat sich die Pro-Tipps angeguckt. Wir müssen also uns um nichts kümmern, denn er weiß, was zu doofen ist. Ne, überhaupt nicht. Hier bin ich letztes... Ja, das Fenster. Hier bin ich letztes Mal ein paar Mal erschossen worden. Ja, das hält sich doch schon mal nicht so gut. Äh, Robin, kannst du hier nur auf Bastian Schmeißen? Okay, es hat noch nicht geladen. Das Spiel? Nein. Ja, das Spiel. Ich bin doch im Menü. Das ist gut. Achso. Where is this being going on television? Unser Fernseher. Ja, wie soll ich noch eins legen? Ich hab schon wieder vergessen. Hier, bei mir. Da ist Fenster. Da, da ist schon einer drin. Ah, hier, hinter mir ist einer. Ihr schweißt sich vielleicht gleich ein Termite rein oder so. Direkt hinter mir. Ja, die kommen von hier. Unangenehm. Keiner weniger. Hier, bei mir ist keiner mehr. Ach, der Pandemiesus ist raus. Wahrscheinlich, weil ich gekillt habe. Pandemiesus, oh Mann. Das seht ihr auch, wenn man die am Anfang gekriegt hat. Fuse. Keine Ahnung. Ich glaube, das war hier bei uns. Ach, der wusste, dass ich da bin. Scheiße. Ach. Kein Heddy hingekriegt. Kein Heddy. Shit. Was warst du denn? Frost? Nee, Jäger. Oh, unangenehm. Ah, da wackelt immer der ganze Bildschirm. Ah, hier, hier, hier sind sie. Ja, die Schellen immer noch hier hinten. Wollen, brauchen sie nicht rein. Bei mir im Fenster ist keiner, glaube ich. Ja, immer noch hinter mir. Was? Vielleicht überhaupt nicht. Drohne. Oh, du? Ah! Was? Wir haben ja mehr viel Zeit, wenn wir noch ein bisschen... Da war eine Drohne. Ach so. Irgendwo hinter dir, hinter dir. Nein, ich schieße. Ach so. Ich habe doch da ein Fenster gehört. Hä, wer hat denn auch nicht geschossen? Ja, da wurde die Tür. Da, Robin, dein Teil ist doch eine Tür. Rechts. Ja, nice. Fenster, Ingo? Einer ist down. Ich habe noch 10 HP. Besser als 0. Das war ich. Ja, geil. Ja, geil. Ja, geil. Ja, geil. Mit der Jobgun. Mit der Pumpe, mit der Pumpe. Ja, das ist der Puls. Bam. Boah, aus der Entfernung, Mann. Ja, das dachte ich mir auch krass. Das ist, ähm, nicht schlecht. Der war bestimmt angeschossen. Oh, Mann, ich habe schon wieder diesen eigenen Zuschauer. Was ist hier los, Mann? Wer verfolgt dich da? Jessie wieder. Ach so, ja, das kann sein. Ich dachte, die wird benachrichtigt, wenn du spielst. Ja, stimmt. Polish Girl has left the game. Was? Wo ist jetzt unser Sex-Appealing? Ich glaube, da nehme ich jetzt mal Karsel. Der hat nämlich dieselbe schockt. Ich glaube, das macht der Name Fenster schon wet wieder. Ja, aber warum geht man raus, wenn man am Gewinnen ist? Das ist die Frage. Naja, wenn die Freundin ruft. Vielleicht waren wir der zu. Wenn die Freundin ruft. Ja, gestern habe ich, aber das hast du ja nicht mehr gesehen. Die eine Runde, da habe ich doch mit einem Gespieler gemeint, We need to win. My girlfriend is waiting for me. Ja, das heißt aber tatsächlich auch, Mann. Warst du eine Freundin? Weil, ne, das heißt, aber bei, dass das jemand sagt, bei For Honor habe ich das gehabt. Aber, dass man gewinnt, dadurch, das Match geht doch so, das ändert doch nicht die Länge des Matches. Wenn du im Rank-Fierma oder so gewinnst, dann ist es halt vorbei. Aber es kann sich auch ziehen. Es kann auch zehnmal länger dauern. Ach, Ingo. Ich weiß nicht, wie viel länger, aber... Shit, ich bin auf der Fallschule Seite. Ich hätte jetzt fast wieder was gesagt, was nicht Twitch-konform ist. Hm, was denn? Bitte sag mir das hier dann rein. Das sage ich dann mal, wenn die Kamera aus ist. Oh, ich bin Hitler-Einschgeil. So, wenn der jetzt mal raus ist, ich mach's gut. Nee, das hat's... Okay, da war ich nicht so. Oder sexuell. Ja. Boah, ich bin grad... Ich hab schon wieder viel zu lange gebraucht, ey. Ja, viel zu, das ist so schlussade. Ja, ihr blabert aber auch die ganze Zeit. Ja, okay, hast ja schon recht. Das ist ja auch der Laber-Podcast. Toll, jetzt sehr offen. Warum hat er denn das Schild jetzt hier nicht... Ach. Einfach besser als... Ach so, Vorsicht, oben ist ein Hedge, ne? Ja, ja, ich hab die nicht mehr zu. Ich hab... ...fälschlicherweise den falschen Weg nach draußen genommen. Egal. Ja, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Boah, ich hab noch ne Kamera, aber... Wie ist da Platz? Da, Bums, da. Oh, der hat mich direkt gekriegt. Wo, wo? Ja, da, wo ich... Rechts. Auf der anderen Seite. Hier, hier. Hinter dir quasi. Nee. Guckst du da hin, Jascha? Nee. Guck mal hinter mich. Jetzt hab ich ihn. Geh mal rechts gucken. Ah, Ingo, bei dir, bei dir ist er oben drüber. Der, 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 äh... Der Fuse ist hier. Geh, geh mal weg, geh mal weg. Der Ingo holt sich den. Naja, das ist ne Wand. Da hol ich mir nix. Das macht nix. Das ist ne Wand, da geh ich aber nicht durch. Hab ihr wieder zugemacht. Ich mach ja auch mal wieder zu. Soll er doch kommen, soll er kommen. Aber geil, die Granat, äh, äh, Dinger haben den abgefangen. Ja. Soll er doch kommen, das ist der dreckig Kampfhunde. Den dreckig Schweinehund. Jetzt führst du den weg, Alter. Okay, ich hab gedacht, der hat ne Breach losgewerst. Hier, aber mal rüber. Kommt doch 100 Pro jetzt von hier. Ist der drin? Äh, das... Na, jetzt hat er mich. Oh, ey, das war... Ach, warte dich auf. Ja, das war eben des Todes. Ich war richtig... Das gibt's nicht. Allein hat er das gemacht. Richtig scheiße. Ja, klar, weil er Druck gemacht hat, ist er wieder zurückgelaufen. Oh, mit der Pistole auch noch. Oh, Mann. Was war für ein krass Abend, werde ich hier? Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, ist ja ne Aufwärmrunde. Ja, vor allem, ich hab jetzt auch wieder... Da zählt ja nix, da zählt ja nix. Das ist so ein geilen Schockgang-Kill. Und dann war ich jetzt motiviert und hat dann wieder nicht mehr geklappt. Da schreibt jemand, hallo, na, wie geht's dir denn in meinem Stream? Was? Achso. Und wer hat denn hier einen Angriff? Jetzt einen Angriff geben wir 100%. Wer hat denn einen guten Angriff, Schottie? Schottie? The Buck. Er hat sogar einen Skeleton-Kill. Dem seine Spezialfähigkeit ist ne Schrotflint. Okay, dann nehm ich's jetzt einfach. Ich weiß nicht, ob das zählt. Ich weiß nicht, ob's zählt. Ach Mist, jetzt hab ich zu spät ausgewählt. Ah, Carly. Goddammit. Das ist natürlich eine mutige Sache, Miss Carly. Mhm. Wir sind ein Team, und wir müssen uns als Team arbeiten. Ah, ja. Ich bin da rausgefahren. Oh Mann, ey. Ich bin so dumm. Was ist mit mir los? Komm, Jascha, reiß dich mal zusammen. Sonst hört man so ne Bugs ein. Die schlägt in deinem Gesicht so. Hat so'n Eimer Wasser neben sich stehen, kippt den so drüber. Hey, wo sind die denn? Nee. Ach man. Oben wahrscheinlich? Ja, ganz oben, wenn dann. Muss. Müssen ganz oben sein. Wie geht's zu den Duschen? Oh. Ah, hier, da. Da ist ein Schild. Ah. Warte mal, ich bin drin. Ja, ist schon kaputt gegangen. Aber mit einer, einer hat schon. Guckt euch mal meine beschissen hässliche Waffe an. Hier, Jascha, guck mal. Guck mal, hier. Kacke, gell? Watt, bleib mal stehen, nicht so zappeln. Jo, geht. Sag mal. Ist doch grad so gut. Jo. Naja. Kann man mal mache. Hm. Naja. Guck, geh mal rein. Können unten reingehen. Ja. Ich mag unten nicht. Oh, ich bin... Oh, Leute. Weißt du, noch? Ich bin hier für den Fuck. Oh, hier kann schon immer richtig kritisch werden. Als bin ich Arkob gewöhnt und hab jetzt gar keinen Arkob drauf. Käm hier schon weg? Ich glaub, ganz unten ist echt niemand. Ja klar, warum auch? Ja, war schon laufend wieder rum. So, ich bin Treppenhaus. Ich geh mit dem Sledge mit. Ich hoffe, dass der gut die Wand zertrümmert. Aha, hier war schon einer. Das ist noch höher, gell? Nein. Ist nix. Ich weiß gar nicht, wie kommt man jetzt denn da hin? Die ist noch gar nicht da. Oh, Mann. Oh, ich bin da. Oh, ich geh raus, ich geh raus. Oh, der Fuck. Der ist uns hinterher gegangen, oder was? Hä? Der Rook ist draußen, Vorsicht. Ja, der kam einfach von der anderen Seite. Ja, der kam einfach von der anderen Seite. Wir waren zwei Sekunden vorher dort. Ja, der, der, nee, nee, das war ein anderer Typ. Hä? Da war einer vorne, das war der, der Puls oder so. Und hinter uns war der Rook. Ja, der Rook kam aber von da, wo der Ralf und ich zwei Sekunden vorher gekommen sind. Und wir haben alles gescannt und da war nichts. Und dann zwei Sekunden später wurden wir von hinten erschossen. Beides. Das ist dann einfach Pech. Ja. Das ist dann einfach Pech. Oh, Junge, geh mal weg. Ach, Mann. Schon wieder dieser Lord Meter, der eben den Fuse hatte. Ja. Alter Schwede. Vor allem die peaken und sind erfolgreich damit. Ja, weil es nicht... Oh. Das war aber witzig. Ey, snipen ist einfach zum Kotzen. Weil die so rausgepeakt hat, das war witzig. Ja, das ist das, was man nicht machen soll. Die machen das und sind trotzdem erfolgreich. Ja, aber ich kann mit der, ich kann mit der, äh, wie heißt sie jetzt nochmal? Kali. Kali Sniper, kann ich nix, der, der, äh, äh, Ah, der Glatz, mit dem kann ich ja noch einigermaßen, aber... Ja, ich glaub, aber der hat nicht die, hat er selber Reichweite, mit der, also Scope. Der Kali ist doch noch ein bisschen krasser, oder? Ich weiß nicht. Äh. Ah, wie soll ich denn hier hinkillen mit der Shackgut noch? Ach komm, ich nehm mal den. Ich nehm mal Sloich. Wahrscheinlich nur in Verteidigung. Ja, wahrscheinlich. Weil das Pump-Action ist doch kacke. Hallo Svesia, wie geht's dir? Was machst du Schönes? Kennst du die? Äh, entweder ist es die Jessie, dann ja, oder ich weiß es nicht. Jessie, wenn du es bist, äh... Schreib mir dein geheimes Zeichen. Genau, schreib unser geheimes Zeichen. Mhm, dann so mit Zeichen gemalt, so, äh, so Arschkotzen. Och, och, och. Jetzt muss ich das als nicht jugendfrei markieren. Mach das doch mal. Okay, gewollt. Ja, ich hab heute auch Streams geguckt, und da hatten Leute das auch nicht jugendfrei markiert, einfach, ne? Das geht ja auch. Ich mein, das gucken sich doch eh keine Jugendlichen an. Was? Judenfrei? Als jugendfrei markiert. Wir sind die ganze Zeit gegen Juden. Fakt ist so, sagt das so. Ich fahr mal hoch. Ne, 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 da ist nix. Aber ich hör doch was. Ne, ohne, ohne, eins drunter. Hat's trotzdem gemacht. Ach, der Frank guckt zu. Steht der wieder, äh. Denkt er dir wieder im Nacken drin. Ei, ei, haben sie zugemacht. Ei, ei, ei. Es gibt ja keinen Spectator im Zentrum. Ei. Da ist auch direkt ne Welcome, Matt. Huiiii. Ah, meine Drohne ist wieder im Arsch. Huiiii. Scheiß. Im Arsch. In. Er ist ja leider woanders gespawnt. Ah, ist schon weg. Das macht man so nicht. Man muss dann spawnen aus. Ja, wo gehen wir jetzt rein? Was machen wir? Ich hab keine Ahnung. Was heißt Keller? Ja, da ist direkt der Gang runter in den Keller. Basement war ein Keller. Basement, Basement. Du musst auffassen wegen der Treppe. Nicht, dass oben einer kämmt. Ja, da ist aber auch vor allem... Ja, ich guck einfach, ich guck einfach. Oh, wieso benutzt du eigentlich keinen Voice-Chat? Oben ist niemand. Warum? Kann auch nicht. Ich dachte, du Menschen hasse. Ich dachte, ihr macht das nix aus. Hey, du mein. Ach. Hat's doch so gut englisch. Ja, dann laden die mich wieder ein in irgendein Scheißtreten. In so'n... Da ist ein Schild da. Ja, und dahinter ist nur noch... Ach, da haben die Jäger. Weißen wir das? Ja, aber jetzt kann ja der Maverick... Also der... Der Jasha kann sich ja wegmachen von der anderen Seite. Bestärkte Wand. Kann ich's durchgehen, weißt du? Nö, ich will hier so'n Trick. Na gut, verhandelt. Ja, geht's eigentlich auch runter. Aber da ist es halt nicht... Nee, ich mach doch mal so schöne Granaten-Kids. Aber ich würd trotzdem ein Loch reinmachen, Jasha. Wo rein? Hier. Na, ja, äh... Ja, das ist zu heiß. Da an die Wand ein kleines Loch. Das ist einer permanent runter, äh, scoped. Schon zu viel. Ah, ah, ich sehe. Ist da jemand? Nein, nein. Ich sehe, wie das Schweißgerät funktioniert. Kann man da jetzt runter, ja? Müssen wir überhaupt runter? Ja, klar. Ja, aber da wär jetzt hier wahrscheinlich weggepflückt. Wahrscheinlich. Deswegen, äh... Geh auf die andere Seite vom Haus. Da hast du mehr Chancen. Was heißt denn, andere Seite hier? Achso, nee, das... Du hast jetzt meine Drohne kaputt geschossen. Achso, sorry. Sorry. Ah, nee, aber... Ich hab aber mit der Armbuss geschossen. Sorry. Ja, oder... Jascha. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Die Hedge nochmal aufschweißen. Wir haben nur noch Robin... Geh mal hier runter, wo der Robin ist. Da hast du schon eine tote Frage. Schlenk... Ich lenk die bis hier ab. Ach, ich sei da schon unten. Ja, lenkt mal. Haben wir ja Hartbreach. Ich schweiß doch die Hedge ein bisschen auf. Dort. Hinter dem Sandsack. Ich kann auch eine Granate reinwerfen. Ich guck nach hin, ne? Ach, ich lass den mal schießen, hier. Hier haben sie auf jeden Fall Mute. Da kann man nichts aufmachen. Oh Mann. Oh Mann. Sag, sag, wenn ich soweit... So, Jascha, mal ein bisschen... Geh mal zurück, geh mal zurück, geh mal zurück. Zurück! Oh, Ingo. Rush. Ja, wir haben nur noch 30 Sekunden. Komm, Leute, rein. Ja, rush jetzt auf. Rein, leh'n die Scheiße. Macht da Ingo nicht. Oh, die Ella. Ja, komm hier nicht. Komm hier nicht rein. Ja, keine Chance. Ja, was soll... Rush, was willst du reinrushen? Die schießen doch nur auf die Tür. Kannst doch gar nichts machen so. Ja, der Typ hat gesagt, rush und ich höre auf alles, was wir Fremde sagen. Lay down, lay down. Nice one. Just wait, just wait. Ja, ja. Haha! Nein, nicht peaken, nicht peaken. Wieso, es ist doch gewonnen. Es ist doch vorbei. Come on, come on. Ach so, ja, ich guck den Stream, der hängt doch ein bisschen hinterher. Ach so. Nur, dass ich den einen Typen gekillt habe, der da rausgekommen ist, ist verglückt. Der Frank ist mein einziger Zuschauer. Ach so, schreib doch mal, was sind die Kommentare, Frank. Lass mich, komm mir da und ein Like. Wird das eingeklappt, wenn ich offline bin? Ja, dann habe ich auch null zu show. Lass ein Abo da. Ich nehme direkt nochmal, Montagne, Alter. Der bockt richtig. Ach ja, was, ich nehme auch nochmal direkt Maverick. Die geile Sau. Oh, ich brauche eine gute Schalte, jemanden. Aber ich probiere jetzt mal die andere. Ich probiere mal die AR-15 aus. Oh, jetzt habe ich Schalterwürfe für die Shotgun. Egal. Eiii. Das ist ja schön leise. Mit dem Boys gemütlich sixen. Ja. Ja, okay. Das ist dieser Sender für Frauen. Es ist Wednesday, meinten. Ach, da gibt es jetzt hier, wie heißt das nochmal? Die eine Frau oder das stimmt. Die er gefickt wird von so vielen Leuten. Hä? Dieses Meme. Sascha Grey? Nein, das Meme, wo die auf der Couch sitzt. Ja, genau. Ach, ja. Ich finde, jetzt kenne ich mich ab. Achso, du hast das Bild und unten drunter steht mit den Boys gemütlich sixen. Die sind schon wieder da. Same place, same place. Was setzt da nicht an? Basement, basement. Ich bin zwar, dass die Leute denken, du bist behindert. Nein, die sollen halt denken, ich bin ein kleiner Junge. Du bist auch ein kleiner Junge. Basement, basement. Du bist nur 1 Paar und 70 groß. Wo war der denn jetzt? Wo, wo, wo? Die braucht man jetzt am besten. Wo war denn der Eingang? Ah, ba, 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 ba. Ihr wisst doch, wo, hallo. Äh. Basement, basement. Born immer bei Rottland. Das ist mir egal. Hier bei Construction Site, hier bei Baustelle. Äh, warte, ich mach nebenbei. Ich hab ja hier. Baustelle, ne? Rainbow Six Maps.com hab ich ja auch. Wie heißt die Map nochmal? Könnt ihr mir helfen? Äh. Name von der Map? Keine Ahnung. Ja. Also wir gehen jetzt Baustelle rein. Baustelle rein. Baustelle rein. Baustelle. Hier gehen wir rein. Der Flightnuslauf ist ziemlich verrascher. Der weiß aber, wo es lang geht. Ach man. Ich hab ganz oft Shift gedrückt zum Ducken und jetzt hat Windows mich gefragt. Ich glaub, der sperrt auch seine Frau in den Schrank ein. Ne, Windows hat mich jetzt gefragt. Sie versuchen ganz oft Shift zu drücken, aber es klappt nicht. Sollen wir sie einfach festhalten. Oh, 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 oh. Oh, der Witschel. Ja, von hinten. Der kommt von hinten. Ja, hat der. Hier ist zu, soll ich auch machen? Haben die Mute? Ja, mach mal auf. Ja, der Mute. Oh je, der hat uns so schlimm hinter Rucksack gekommen. Ich weiß nicht, funktioniert nicht, oder? Mit Mute. Ja, wenn der Mute ist, funktioniert es nicht. Zade. Oh je, drei Totenköp. Ingo hinter dir? Ach nee, ah, das ist... Oh, ich hab den Ralf gehört. Sorry, ich sag einfach nichts mehr. Geben wir hier rein, oder? Das lenkt auch immer ab, also ein bisschen. Oh, wir sind ja nur noch zu zweit. Ja, schick mal ne. Der Witschel hat uns aufgesnackt. Ja, guck ich mal nach hinten. Ja, okay, da ist Mute irgendwas drin, aber... Ja, jetzt mal ne Twitch haben. Ja, das macht er jetzt noch zwei, dreimal. Mann, wie das klingt. Ja, das schwimmte der ja auch, Mann. Ja, der Witschel wieder. Ja. Der läuft noch rum. Nice, das war gut. Das war gut. Ich kann hier hinten nicht aufmachen. Kann ich das hier aufmachen? Ja, ja, ich laden. Kannst du mit der Shotgun aufschießen. Bringt das was hier? Ja, klar. Oh ja. Ja, ja, macht er auf, macht er auf. Nachladen nicht vergessen? Ja, sehr gut. Das haben sie jetzt nicht gehört, wegen dem Schalldämpfer. You don't have much time late. You don't have much time late. Smoke. Wahrscheinlich hat er einfach weggeguckt. Nein. Hä? Das hat ihn gar nicht interessiert, Mann. Alter hat die Hände vor die Augen genommen. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ah, die Waffe sah cool aus. Das ist der Frank jetzt eigentlich großartig. Machen wir jetzt hier jemanden raus. Ja, komm, raus. Hol den Frank doch einen hier. Der hat sie möglichst voll. Ah, zwei Leute gucken zu. Uhuhu. Ja, ich habe mein Profil online gemacht. Deswegen. Also einer ist immer noch. Zwei. Zwei Leute. Die gucken zu. Hallo, ihr zwei geilen Typen. Oder Frauen. Ich. Oder Transgender. ZuschauerInnen. Ja, und was ist die neutrale Version dann? Zuschau. Nee, mit Stender-Gernchen. Ich habe das Stender-Gender. Stender-Gernchen. Stender-Gernchen. Äh, normal nochmal. Mest-Tür. Oder, äh. Oder es rankt schon direkt. Nein, normal. Hallo? Hallo? Übertreibt doch nicht. hallo mit schön gemütlich sich sinne und dann spielst du einmal rein und verlierst du zehn runde am stück der ist auch aus dem trailer aber nicht zu prägnant ich finde das ist genau das was uns motiviert kam schau die ach so du machst die shotgun kills war das war ja das war gut das habe ich doch gar nicht an hier oder ja ich hab die die sounds vom ingo höre ich bei beim stream ach so ja dann ist es an immer schön rausgefiltert geil es ist so schlimm ja mach es doch mal aus ne ne es nervt nur wenn es ruhig ist ganz ruhig und der ingo läuft rum ich stelle mir gerade so vor ist es alles ich habe diesen filter an und gewöhne mich über die jahre daran und dann mache ich den einmal aus und die klingt alle so voll schrecklich die laden ja alle noch bei uns aber auch marcel davis let's grüßen ja ich bin marcel davis fair und transparent ich weiß es nicht also die pros die machen ja immer viel platz weißt du und die pros spielen auch sehr vertikal also die gehen nach oben und nach unten will ich nicht aber ich gehe hoch wie nennt man denn die spieler die so passiv spielen dieses immer in die ecken legen das ist auch ein begriff für arschlöscher feigling nein ich mach jetzt hier zu ich kann hier noch eine kamera einmachen geht schon los aber von wo schießen die durchs fenster äh unten durch die Tür ich hab doch schon zugesperrt ach die haben es schon aufgemacht oh Fuse scheiße boah fast und wo kam die granate okay das war jetzt alle ladung von außen oder von oben Fuse von oben euer schlockwerk euer schlockwerk ah 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 hier ist montagne montagne ach scheiße ich werde jetzt gesandredged ey alle schüsse daneben das gibt's nicht Fuse is down wofür hab ich denn eine shotgun machen das hilft uns glaub ich nicht so viel das darf ich nicht ich weiß nicht ob ich eine unsichtbare waren geschossen der punkt wird eingenommen ja ja ich komm schon ja 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 die bombe meine ich ach Mist ich hab nur einen ko geschossen oh je oh je na fuck aber ich hab den auch noch gekillt oh man wie nase sack wow geile skin geile skin ach die monika hm beste war das denn die haben schon das kamera ja weil ich raffs grad nicht ich hab ich hab den den blitz der shotgun von der seite weggeballert und es kam keine kugel aus der waffe anscheinend shit das war nicht gut ne verstehe wir haben uns aber auch auf die falsche seite gestellt warum hab ich denn am meisten punkte mit null kills ahhh gespottet wahrscheinlich und äh assists hast zwei assists so ach guck mal die ella ja du hast doch den dings äh oh man du hast doch den ähm den fuse angeschossen und äh der dich dann umgebracht hat und ich hab die dann gekillt ella ella da hab ich schon längst doch noch rausgesucht ne hm hh er gab es doch noch mehrere die 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 noch mehr songs die so passen hedges im hattest ich glaub nicht ne ok macht jemand rotation was ist rotation ich kann ein loch machen wenn du eins brauchst ja man warte bitte bis ich hier weggele mach hier in der ecke eins ganz in der ecke ruck 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 Gibt den Rook! Gibt den Rook! Gibt den Rook! Hat da noch jemand ein... Gibt den Rook! Ein... Schild? Gibt den Rook! Gibt den Rook! Ja? Gibt den Rook? Ich hab'n Schild! Wo bist du denn? Wofür? Hier hin! Zu dieser Rook! In die Richtung? Ja? Also hier so hin... Nee, nee, nee! In die Richtung! Kommen die schon wieder von unten? Ja, ja! Ja, auf meiner Seite! Wo bist du überhaupt? Da hinten! Beste und Mute! Da kann nichts passieren! Ach... Ach man, Leute! Ich bin durch die Scheiße wieder... Sparky? 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 Alter! Wo? Wo? Die haben mein Schild! Die haben Schilds erschossen! Ich war sofort tot! Ja, der Frank weiß, wo! Oh, wer blockiert das? Ah, ich wollte... Mine wurde ausgelöst! Mann, Platz! Ich hab' alle Minen auf dem Punkt platziert! Noch eine Mine wurde ausgelöst! Na, da hab' ich keine Mine! Das war das Ding! Ich hab' alle Mäne! Ich hab' alle Mäne! Ich hab' alle Mäne! Oh! Äh... Oh, John Wayne! Bleib dich i, der bleib dich i! Ah, ne, keine Chance. Krass, ey. Die waren halt auch schon derb angeschlagen. Das ist doch die Carrera, oder? Ja. Na komm, gib dir nen Ruck. Gib den Ruck. Los, wir rocken das jetzt. Ja, rock das mal. Hast du den ganzen Trailer auch... ...auf deinem Keyboard? Keyboard? So, dann muss ich ihn aber auch nehmen. Ich müsste mir eigentlich auch mal so ein Soundboard einrichten, aber ich hab keine Zeit. Oh Gott. Oh Gott, ich muss T-Shirts bügeln. Ah, ich weiß es nicht. Ego, bügelst du eigentlich? Wie bitte? Bügelst du? Bügeln. Bügeln, ja. Nein. Bügelt hier überhaupt einer? Nein. Ich hab nicht mal ein Bügeleisen. Pfff. Ich hab einen zuvor. Hey, ich dachte du meinst wegen... Warum fragst du denn? Der Robin dachte du meinst, äh, Frauen ficken. Nein, ich dachte du fragst ob jemand jetzt in diesem Moment... Nein! Bügelt hier einer? Bügelt hier einer? Bügelt hier einer? Bügelt hier einer? Ich hab mir die Palme stehen lassen. Nee, ich dachte, mein atmet laut und es hört sich an wie ein Bügeln. So, is this going to be unser Fernsehen? Unser Fernseher? Bügeln? Nein, das war doch hier bei... Bei Sex and the City gab's mal bei... Sex on the City. Sex on the City. Oh, bitte. Sex auf der Stadt. Sex on the City. Das ist der perfekte Blitz, muss man sagen. Are you looking this TV show? Sex on the City? Ich hab keinen Bock mehr zu nehmen. Dann lass doch fallen. Nee, danke. Du musst recover the Abuser. Weil... Komm, dann gib mir! Achso. Ich bin doch eh wieder der letzte im Leben. Gibt dir ein Rock? Ja, gib den, oder? Dann sind die Augen hoch. Hast... Haben sie schon rumgeholt hier. Komm, noch eine. Eine geht noch. Hier... Die Hedge ist auch offen. Also, die könnten... Da könnte man uns durchschweißen. Ja, Haupteingang ist auch frei, ne? Da ist... Nein, die ist nicht... Also... Ich guck erstmal mit Drone. Haupteingang ist frei. Au! Da ist er, da ist er. Da ist er. Ich kann... Warte, ich mach ein kleines Loch. Wieso geht mir den alle da oben? Wieso kann ich denn hier nicht drauf schießen? Ah! 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 Wichser schießt raus. Mach Pinch in Spinner. Ach, ich hab... Ich hasse es, wenn das viele Leute machen. Dann geht der ganze Hedge kaputt. Wuschtig. Achtung, da ist Dings. Hat er jetzt angebracht. Kappkann-Falle. Und der ist, wenn man reinkommt, rechts... Rechts hinter dem Schrank. Ich weiß wo, ich geh vor. Okay. Oh, Ingo, du bist ganz allein unten. Da ist irgendwo der Jäger. Kann das sein? Nein, nein, da hab ich gefehlt. Ich weiß nicht, wer er ist. Aber der Jäger ist tot. Vorsicht, hier ist Kapkann-Falle. Oh, das wird unser Kommen... Da hinten, da hinten. Kann ich runterkommen? Der Kapkann ist immer noch in der Ecke. Warte, warte, nein, noch nicht. Noch nicht. Jetzt, jetzt komm, komm. Oh, nicht so viel baffeln. Komm, komm, komm. Hier ist er. Hä? Ich hab mein Schild oben, Mann! Ich weiß, ich weiß. Ich hab gesehen. Ach so, die haben mir auf die Füße geschossen. Hä, was brennt denn hier? Da hat's gebrannt. Der Kapital. Ich war da. Ach, hast du mich angezündet. Toll. Ja, das muss ich besser koordiniert sein. Der ist rechts in der Ecke. Da, da, da! Komm mal. Muss schon schießen. Ja, oder so. Gut. Aber es war gut. Es lief gut, es lief gut, es lief gut. Bisschen hohe Stimmung machen. Boah. Ich bin ja natürlich wie der Montagne. Ist mein neuer Lieblingscharakter. Komm dann. Ich mag die Shotgun, oder wie war das? Ich mag die Maverick. Ich weiß nicht, ich mag die Pistole von dem. Ich brauch den Schaldämpfer, glaub ich auch. Bam, 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 bam! Dann ist Schluss. Schaldämpfer macht Schaden weg, oder? Äh, ja. Ne, doch. Ja, ja, ja. Dann nehm ich's wieder weg. Weil da brauch ich immer zwei Shots. Zwei Shotshots. Okay, na. Sollte schon one-it-kill sein, ne? Zwei Kamp-Shots. Das klingt halt cool. Klingt irgendwie cool aus. Ist halt geil, so eine Ladung Schrot in einen rein zu pumpen. Hallo. Ich fahr mal hoch. Um, 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 um. Hallo. Na. Hu. Kapkan. Ich hab ein Messer. Äh. Förster. Förster Stock. Förster. Ach, die. Die sind nur noch zu dritt. Nochmal bitte. Förster Stock. 10 Sekunden zu gehen. Ja. Insertion in 5 Sekunden. Insertion in 5 Sekunden. Oh, Smoke. Okay, und defuse die Bombe. I do not like these. So, hier irgendwo ist, äh, hier irgendwo ist äh, ist äh, ist äh, die Kamera? Da hinten, auf der anderen Seite von wo hin? Äh, den geh ich da jetzt auch hin? Ja. Der Duplex geht ja auch schon da hinten. Hab sie schon, hab sie schon. Hab sie schon. Hab die andere. Wissen wir wo? Ja, ja. Ab, upstairs. Ja, beware of Spawn Peakers, ne? Ich hab's gegeben. Aber ist das Diesel? Ich weiß auch nicht. Ah, ich würde hier rein go'n. Können da geteilt machen. Ich komm recht. Mach mal Drone. Ja. Drone, 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 Drone. Hier ist schon direkt die Bombe, ja. Naja, das ist eher uncool, wenn die da... Ja, wir können... Aber hier ist sonst niemand drin. Hier ist sonst... Hier ist keiner drin. Ja, dann mach ich auch. Direkt rein und... Außer ganz rechts ist so ein Loch, da ist der... Guck dann direkt nach rechts. Und ich schläg direkt den Fuser. Oh. Guck direkt nach rechts. Klapp auf, klapp auf. Ich schläg, ich schläg. Ja. Oh, warte, weg, weg, weg. Ja, Smoke. Kannst rein. Ich schläg. Leg mal. Der ist injured, der Smoke. So, beschütze, beschütze. Ah, ah, ah. Da liegt noch einer rum, da liegt noch einer rum hier. Ah, IGO! Scheiße. Der Widget ist in einem anderen Raum. Meine Granate ist an dir. Du bist genau gelaufen, als ich sie geschmissen hab. Das war natürlich nur schlecht koordiniert von uns. Ach, der ist noch im anderen Raum, ganz hinten. Hä? Wieso ist der denn da hinten gewesen? Oh, da sind zwei. Geil. Nicht so viel bewegen, Ingo. Oh! Nice, dann bleib ich jetzt stehen. Ja, geil. Der Beste ist schon tot. Der Beste ist tot. Ne, der geht grad raus. Der geht raus. Habt ihr's im Blick? Habt ihr ne Diffuser im Blick? Ja, ja. Ja, stell dir einfach hin. Stell dir einfach weg. Halt es weiter. Halt es weiter. Halt es weiter. Ja, nice. Oh, das war doch mal geil. Du hast mit zwei Kills den ersten Platz gemacht. Das ist nicht schlecht hier. Das ist nicht schlecht. Wolltest du Rolf sagen? Ich wollte Robin sagen. Ach so. Aber du bist ja nicht der Robin. Stimmt, ich hab zwei Kills und bin trotzdem vorne. Wie kann das sein? Komm an uns. Weil ich dreimal gestorben bin, ne. Dann nehm ich direkt nochmal den Montagne hier. Weißt du was? Dann nehm ich direkt nochmal den Mavi. Ja, klar. Aber guck mal, dafür sind der Robin und ich die einzigen, die nur zweimal gestorben sind. Jo. Aber gegen drei ist ja auch nicht schwer. Aber man hört ihn nicht. Es spricht nicht. Ich muss nochmal die Bahn annehmen. Es gibt irgendwie keine Shotgun-Splitter-Granaten-Kombi. Ah, ich sehe so viel. Falsch. Ist dein Mikro kaputt. Oh, okay, die Bahn. Wissen. Wuruba. Ey, wieso späuch ich denn hier im Arsch, man? Besser als im Arsch. Wie kommt man denn hier rein? Hier ist so ne... Box. So ne Black Box. Hier von der Fernveranstaltung. Ne, die sind wahrscheinlich im Erdgeschoss. Bin nicht so... Nein, oben, oben, oben. Oh, jetzt bin ich extra untergehüpft, ey. Der will doch nur die Lorbeeren für sich einheimen. Ne, ich hab tatsächlich gedacht, dass sie oben sind. Ich dachte hier, der weiß schon, ist oben, ist der Vigil. Ja, ja, verstecken am Arsch. Hat der auch in den Arsch geschossen. Sein mega Kolben. Wo ist hier die Kamera? Da. Danke. Du kannst vom Anfang immer da drüben komplett auf die andere Seite gucken. Da ist auch noch ne Kamera. Äh, mach das mal weg, ich hab da nicht so... Wollen wir mal oben rein? Ist mir eigentlich ziemlich egal. Ja, ich hab über den Diffuser... Ja, ich hab... Ich hab Bedenken wegen der Vigil. Der Vigil, der läuft wahrscheinlich da rum. Komm mal, was denn er soll den Diffuser mal nehmen? Ich will ihn nicht. Ich hab die Kamera erstmal weggemacht. Ich könnte hier wieder Hatch aufmachen. Die ging's eigentlich ganz gut hier in der Ecke. Ich würd mich... Ich würd halt von der Seite ein bisschen kommen, weil ich nicht will, dass wir alle von derselben Seite kommen, weißt. Ja, warte mal, ich will mit dem Diffuser zu dir. Hier, Robin, kannst du doch mal vergleichen, die Grafik mit Battlefield. Hier hinten. Der ist doch fast genauso gut. Ja, das sieht fast genauso aus. Nur, dass hier alles tot ist. Gleich. Ich hab übrigens die Grafikeinstellung jetzt komplett hochgestellt. Das war's vorher nicht. Nee. Ich hab den Diffuser übrigens vor dich gelegt. Okay. Ach, scheiße, weil ich da sie gerückt. Da ist die verstärkte Wand. Jetzt hab ich's zweimal. Ach, hier. Wir können durchgehen, aber da war eben keiner. Komm mal, das eine ist da an der Ecke. Kommt ihr hier rein? Ach nee, seid doch an der anderen Seite, gell? Aber ich geh nämlich jetzt hier, da wo der... Haben sie zugemacht? Wenn ich runter springen, bin ich wahrscheinlich tot. Wo gehen wir? Links oder geradeaus? Geradeaus, geradeaus. Und dann rechts. Ich will da die verstärkte Wand aufschweiß. Warte, ich wach das runter. Da ist nix. Nein, da ist nix. Okay, ich seh niemanden. Vorsicht! In dem Raum ist keiner. Toll. Das ist ein Selbstblend. Wir machen nur Ablenkungen hier. Die Cam bei euch noch an? Nee, die Cam ist kaputt. Die ist kaputt. Okay, gut. Ich seh die nämlich nicht von meinem Dinger aus. Okay. Ich wette, wir sind tot. Ja, die schießen so schnell. Scheiße. Wir lenken... Habt ihr was gerissen? Wir lenken die ab hier aus dem Badezimmer. Ah, scheiße. Ich hab gedacht, der Smog war noch. Oh, ich kann die nicht runtergehen. Jetzt bin ich schon unten. Oh, Chanka. Rechts, rechts, rechts. Oh, Mann! Ah, da ist der Vigil. Ja. Scheiße. Hab ich nicht gebracht. Ich brauche nur zum Drift. Ich brauche nur Splittergranate, Mann. Also hier ist keiner drin. Ja, wir hätten gleichzeitig reingehen müssen. Haben wir wieder nicht gemacht. Ja komm schon, du dreckiges... Ah, ich weiß, wo er ist. Ich mach da auf. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ja, ihr seid nur auf der Seite. Ah! Nice! Der ist nur noch Vigil, gell? Der macht euch... Könnt ihr euch beide packen. Auf rein, Ingo. Dieser Krasse. Der... Jascha muss hinter dir planten. Hier von der anderen Seite rein, Jascha. Da, wo ich... Aufge... Ja, plante! Lass den... Lass den Ingo... Ich kann ja nicht... Ich kann ja nicht planten. Warte... Ah! Ah, das ist der Winter! Mach still! Mach still! Mach still! Mach still! Du bist doch schon bei A. Achso, man kann im Liegen nicht planten. Das habe ich jetzt erst gemerkt. Sorry! Lass rein! Lass rein! Lass einfach rein! Hier von der anderen Seite... Ach, der andere Seite! Ja, sehr schön, Mann. Aber kein Headshot, Mann. Das war einfach Glück. Egal! Aber jetzt geht Flicks back. Den, 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 den! Der war noch nie weg. Ja! Guck dir das an! Bam! Come back, Victory! Wir haben 0-2 hingelegen und dann BAM! Wir haben das halbe Team rausgegangen. Ja, wir haben gerade so gewonnen. Ne, die sind doch nicht halt dann rausgegangen direkt, oder? Wann sind die denn raus? Ja, als wir das Blatt-Biard gewendet haben. Ah, ja. Meins als das, äh, fiese Dream Team, äh... Maverick und Montagne, ne? Was auch immer. Eigentlich war, war Montagne immer nur der Dorn im Auge bei denen. Das glaub ich ja langsam auch. Der stand immer im Weg. Manchmal auch seinen eigenen Mitspiel. Oh, Asperf. Och, Mann. Ich hab 42% und hab keins. Ja, ich hab bei 30 bekommen. Uuuuuhhhhhh, gemein! Wollen wir grad mal checken, wie meine Weeklys aussehen. So, kann ich auch mal machen. Achso, ich muss nur... Oh, Shotgun! Und ein Shotgun-Kill noch. Ja, geil. Gewinne 3 rum und nimm als Angreifer. Shitgun! Shitgun! Und dann muss ich wieder 6 Gadget-Kills. So, was ist es für Map? Haus. Dann geh ich mal hier bei meiner Karte auf Haus. Obwohl ja Haus relativ einfach ist vom Aufbau her. Ich muss was auswählen. Verdammt! Nehmen wir die doch mal. Pfff. Ich hab mir grad die Nase geputzt, ne? Ich hab nix gehört. Da kam... Ja, weil ich das Mikro oben hatte. Da kam Blut mit raus. Und Sperma. Es blutet nett. Was ist das? Was ist das? Hab ich Krebs? Oder war das hier in Teile? Es kommt darauf an, wie oft Blut kommt. Es blutet auch ständig aus der Nase. Den ganzen Tag dann. Es muss doch dann verödet werden. Ja, bei mir ist es auch so. Ne, bei mir kam jetzt gar nix mehr. Na, mal gucken, ich hab jetzt was mit. Also bei mir ist dann da ein Popel. Ich mach die weg. Und dann blutet's. Und es wird wieder verkrustet. Und dann mach ich das wieder weg. Und dann blutet's wieder. Das hab ich jeden Tag. Jeden Tag. Echt? Ja, dann würd ich aber auch mal zum Arzt gehen. Ich hab ja schon wieder den Diffuser. Ich will den nicht. Dann nimm ihn doch nicht. Leg ihn hin, Mann. Wo ist denn hier die Kamera? Ich guck auf den Karten hier rechts. Hä, wir haben es doch gefunden. Wieso ist es nicht da? Hä? Hab ich aber schon weggeschossen. Ja, warum nimmt denn keiner mit jetzt? Oh. Also er droppt ihm kein enemy mit. Ach, wir wurden die Spots eben gar nicht angezeigt. Komisch. Hey, lass uns doch von oben reingehen. I follow you, my friend and comrade. Guck nach Fußboden. Ah, hat er mich vor dem Fenster weggeschossen. Ich bin tot. Der Fuser liegt draußen. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh, ich bin tot. Oh, ich bin tot. Ist mir tot. Uuua. Ja, komm da. Ja, komm da. Hätte ich gesagt. Zu heiß. Ja, das ist von unten eigentlich. Oh, vorsichtig die Treppe. Da hab ich keinen Bock drauf. Aber ich mach weiter auf. Ah, hab ich mir gedacht. Das hab ich mir gedacht. Ja, ja, klar. Dann geht doch nicht da rein. Ja der Ingo ist doch da Smell smoke Ah ja ok Shit Ja der Rogue der Da krabbel jetzt auch jemand Vorsicht vor links Ja links ich höre auch was Ja geil Nice Sehr schön Rechts im Raum Rechts kill hold Ja im rechten Raum Ja ich muss erst unten Im Raum ist keiner Der Raum ist clear Ist aber einer Ah Frank Entschuldigung ich hab Ich hab den Frank unten gesehen Und ich dachte das wäre in deiner Nähe Ach die haben die Luke auf Deswegen höre ich die ganze Zeit einen krabbeln Shit ich bin so dumm Warum bin ich nicht oben geblieben Wir hätten einfach planten sollen Plant oben Der ist nicht oben Der Jäger ist unten Ja im unten muss man planten Achso Ach stimmt ja Hinter dir All friendly Ja Okay der Kite war noch Den hab ich nicht erwartet Ja der hat mich auch erwischt Ja Ja richtiger Picker Nice Nice So Zwei Zuschauer Geil Wenn ich durchschnittlich Fünf hab dann Kann ich Geld abzwacken Komm ich ne mal Gridlock Die Räume sind zu klein Der Kass kommt gar nicht mehr raus Wär der Anal Plug Der kommt keinem Flut mehr raus Oh das ist doch jetzt mal gut Aber wenn Blut von hinne kommt dann Geh zum Arzt Ja hab ich auch ständig Aber die haben schon geguckt ne Ja Kann man begeben lassen Aber Trank raus Aufenthalt aber Ja mach das doch lieber Ja die sagen nur wenns mich stört Achso Das ist aber nicht gefährlich oder so Ok Garage ist Wo Hier wo die ganzen Autos stehen Ich bin hier Plus Dock Ah River Docks Plus Dock Danke Es ist jetzt wieder offen Ingo Kommt jetzt wieder Blut raus Hör doch auf Ich werde euch weiterhin mit Updates zu diesem Thema Nee da mute ich dich Da mute ich dich Ich smoke dich Ok irgendwo hier ist auch noch Kamera Zwar links Oh Das Wasser sieht was besser aus als in der Vision Ich würd von oben reingehen Und dann meine Gridlock Dinger reinschmeißen Haben wir Haben wir Heartbreacher Oh Nee Ich bin grad nen riesen Sack gehabt Das heißt wir können gar nicht durch Garage rein Weil keiner fett hat Oh oh da kommt einer da kommt einer So ich bewege mich jetzt auch endlich mal Ist da ein Könnt nur smoken Ja da hat einer Hat einer reingeschossen Er hat geflammt Flamme an Bleib Machen wir jetzt was da oder Gehen wir woanders rein Oder bist du einfach der Spiderman Ne ich geh rein Ok Und Nix Ich hätte Wie viel hat der noch Scheiße ey Der hat nur ein Viertel verloren Oh man Ey mein Aim ist einfach weg Ich hab mein Mojo verloren Ok der scheint runter gegangen zu sein Können die Ingo Können die Ingo Können die Ingo Oben Hä es ist wieder der Viertel Ah der fuck you Was war das denn Sorry Ingo sorry Ach so Ist der eine Futspune hier oben Ja der Echo war das Der hat den Killshot gemacht Die ist von unten Die Dingens Yokai da Das hat mich Das hat mich gekillert Da hab ich nix mehr mitgekriegt Oh der wurde schon entdeckt Der Achtung Tatscha Oh Ja von hinten natürlich Der ist von unten hochgekommen Ja der hat mich auch erwischt Da hab ich durch die Kamera gesehen Läuft nicht so gut oder? Ne ne Es läuft richtig scheiße Aber bitte alle bei einem Punkt rein Ach hey scheiße Alle in ein Arschloch Ja die Sache ist ja Dass die ähm Dass die ähm Dass die alle gar nicht so gut sind ne Aber Wir sind halt schlechter Wir sind halt noch schlechter Die Super 90 war auch ganz gut oder? Die P90 alter Die P90 Super 90 ist sehr stark Die P90 Ich bin ja auch ne starke Frau Starke unabhängige junge Frau Ich bin Inuit Ich fress Robbenbabys Ich dachte du knüppelst Robbenbabys Ja aber die essen die doch auch Ja müssen sie ja Sonst überleben die nicht Komplett verwerten Was solle sie denn sonst esse Bitte meinem Freund Ja Wale Ne was? Wale Wale Also ich warte auf jeden Fall Mit meinen Warte Ich weiß nicht ob wir alles zumahnen sollten Aber egal Ich würde sagen ich warte mit meinen Fall Ah Twitch Vielleicht gehst du Westen am Start Westen am Start Das musst du ganz am Anfang machen Das ist das allererste was du machen musst Ja sorry sorry Ja 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 Sorry Wollen wir hier im Picole machen oder? Hab ich schon Ja deswegen hab ich das Loch da in der Wand gelassen Da kommen alle vier und holen sich Eis Wollen wir vielleicht das hier noch zumachen Was? Markier markier Ja Ja oder Keine Ahnung Vorsicht Ich hoffe sie haben keinen Jackdown Mann Ich hab mich grad zu Tode Oh scheiße hier sind sie ja schon Mann So ich hab den einen Raum komplett voll mit Macken gemacht Ich will hier nicht bleiben Ok Achso da ist das Picole Ich mach dahinter ein Schildchen Views Och och oh man ey Die sind einfach überall man Draußen, keine Ahnung Da war ein riesiges Loch in der Wand ach was ein abfuck ich glaube die kommen die treppen hoch sie schießen durchs peak hole oder die fenster hier bei mir hier bei mir haupteingang haupteingang alle war das so lag schaut durch die wand bei der treppe ich kenne die räume nicht man ja ich weiß aber das bringt dem ralf ja nix haupteingang kommt einer hoch ja die wand und schießt durch die wand schießt die wand einfach durch jetzt du kannst durch die wand schießen die ist durchlässig da wo es rot ist ja noch mal noch mal noch mal fast 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 jetzt hat er die kamera sack ok ja komm shotgun und zwei leute schießen auf einen auf verschiedenen winkeln war aber cool wie durch die wand ballast ja richtig stylisch aber ich habe die noch gekehlt wie ihr richtiger john wick so komm leute jetzt müssen wir mal was reißen sonst habe ich keine lust mehr ich habe ich kaputt gemacht in den kompletten körper zerfetzt da war nichts mehr übrig ich komme mit ein kill bin ich zweiter armuts zeugnis das armuts zeugnis herausforderung abgeschlossen geil das ist wie ein zeugnis mit ganz vielen fünf minussen ich habe meine shotgun kills jetzt ne vier minus weißt du du bist ja trotzdem versetzt aber du kommst dir trotzdem wertlos vor aber ja genau deine eltern geben dir schläger das muss ich denn auch ich guck mal was ich machen geräte oder nahkampf kills twitch montagne dog oder ruck ja dog ist ja easy den lina lina und und ausschaut man sieht er ist nur diese karte alle alle saß leute das ist für irgend so ein mp steht da nicht dabei so was gold ja mp ist mute ja mute smoke und sledge war direkt rein aber sledge ist die zweite waffe oder ach das ist die sekundärwaffe dann ja wahrscheinlich so bearing es gibt als anhänger so ein so ein lama das ist ja so ein smg und die haben auch dieses das als zweiter fearing das lädt so lange holt es auf der scs Schlimm. Ja, bis auf die Elite-Skins sieht das meist ja nicht so geil aus. An Klamotten jetzt. Ich guck grad mal so ein bisschen. Das ist wirklich beurig. Komm, laden schneller. So, jetzt glaub ich, ich mach nur noch Gadget-Kills, oder? Pfff. Weiß nicht, wie ich da einen hingekriegt hab. Ich weiß nicht, was ich da benutzt hab. Sehentlich ist hiermit irgendwo reingelaufen. Ach, Granaten zählen doch auch. Meint ich deswegen. Jetzt zählen auch Nahkampfangriffe. Ja, mit Cavera geht das doch vielleicht. So heimlich. Äh, jetzt mal ranked, oder? Oder normalerweise? Das ist doch total beschissen, Mann. Jawohl. Ja. Ne, mach erstmal nochmal. Wir müssen erst zwei, dreimal gewinnen. Und dann so ab 5 Uhr wird's. Ja, ich brauch noch, äh, so drei Matches, glaub ich. 2 Matches, das ist Hostage, die Map mag ich überhaupt nicht. Ich auch nicht. Ah, ich find die ganz gut. Außer dieser Hauptraum, dieses Foyer, oder? Genau. Wuh! 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 Die gibt's gar nicht hier in der Liste. Was soll das? Wen? Ah, ich guck da immer auf. Ja, ist ja auch egal. Pff, jo, wen nehm ich? Den Rook nehmen. Rook. Gib dir den Rook. Ich stell mir so vor, wie so einer, so eine Werbung, wo so einer studiert und die erste Prüfung nicht schafft, ne? Und dann geht er so traurig raus und setzt sich so auf die Treppe und ist so sauer, weißt du, so auf sich selbst. Und dann kommt der Dog und sagt, gib dir den Rook. Dann fängt er an zu tanzen. Ne, dann kommt der Rook in seiner vollen, in seiner vollen Montur und fasst ihn so an die Schulter. Gib dir den Rook. Also ich denk da an Schokoriegel oder so. So. Und dann kommt so, gib dir den Rook. Ja, dann packt er so einen Schokoriegel, der ist eingepackt für diese Tasche. Und dann, und es geht weiter. Ne, er sagt, gib dir den Rook. Dann legt er diese Tasche mit den Westen hin und dann läuft der Amok. Boah, ich wollte jetzt nach Drohne gucken, weißt du. Und schon sind der Hostage... Was bin ich nochmal? Rook. Stimmt. Ei. Einer hatte West vergessen. Ja, ich, ich. Aufpassen wegen Physik, ja. Dann guck doch mal direkt durch die Kamera. Wir sind schon rein. Oh, platzier doch, hä? Hier haben sie aufgemacht, oder waren wir das jetzt? Ja, hier auch ein Fenster. Scheiße, scheiße. Oh, scheiße, sie sind direkt weg. Hahahaha. Was kommt mit dem? Nein, die wollten nicht das Fenster. Der ist noch längst da, Mann. Wer hat mir die ganzen Fester aufgemacht? Ja, frage ich mich auch. Ja, wahrscheinlich haben die von unten schon drauf geschossen. Wer hat hier geschossen? Ich, ich, ich. Ich? Da war eine Drohne. Okay. Hier sind sie. Der Montagne ist hier. Oh! Echt? Geh ich mal außen rum. Hat hier gesmoked? Die, die Fenster, das sind die Gegner. Machst du deine Matten unter dein Fenster? Nein. Super. Kannst dreimal raten, wo die liegen. Um die Geisel. In deinem Arsch. Äh, Ingo, ich würde mich hier nicht so frei bewegen. Ich will dann die Fenster. Boah. Dann gehe ich wieder runter. Ah, die, die Frost. Ich habe gedacht, sie wäre tot. Oh, Glatz. Der Glatz. Der Glatz. Der Glatz ist da oben. Glatz ist unten. Super. Ich habe gedacht, sie wäre ein Gegner, der schon tot ist. Ich habe vergessen, dass sie tot sind. Oh, das gibt es ja nicht, ey. Der Montagne hat mich umgehauen. Der Fenster. Aber der hat nicht mehr viel. Rechtes Fenster. Ja. Einer. Montagne. Da glatz ist immer noch. Hä? Ach, der ist reingegangen. Der ist auf dem Punkt. Der holt jetzt die Geisel. Der ist noch da, Frank. Du kannst ihn noch schnappen. Nice! Nice! Aber geil mit dem Matten. Das hat nochmal richtig Zeit gekostet, weißt du? Zum Glück habe ich Interrogation gemacht, ey. Sonst hätte ich den nicht gesehen. Boah, krasse, ey. Ne. Wer hat den Kapkan genommen? Ich? Dankeschön. Hä, wieso? Weil der angeschossen war. Weil der Montagne durch die Falle gelaufen ist und lag dann auf dem Boden. Dann habe ich den gemessert. Dann habe ich den Glatz gesehen. Das war ja eine geile Aktion. Ja, nice. Habe ich jetzt nicht verstanden. Da ist der... Montagne ist in die Kapkan-Falle gelaufen. Ach so! Und deswegen lag er auf dem Boden verletzt. Ach so! Frank hat ihn dann gemessert. Dann konnte ich den Glatz sehen. Ja. Also alles perfekt gemacht. War aber trotzdem knapp. Aber es ist eben gerade keiner durch die Fenster reingekommen, kann ich sagen. Was? Das hat er scheiße so... Ja, die wollten bei mir durchs Fenster, aber... Die haben nur durchgeschossen, aber sind nicht reingekommen. Ich habe der Glatzes durchs Gebäude genommen. Ach guck mal, der erste ist schon raus. Ach, lass nix mal lieber unranked machen. Ah ne, hä? Ist der raus? Und warum ist das Team dann wieder voll? Weil der einer wieder reingekommen hat. Ah ja, geil! Das ist wie so ein... Wie lang es im Ladebildschirm ist. Wie so ein Glas, das man immer wieder voll macht, weißt du? Ja, wie... Todesstrafe. Todesstrafe. Du kriegst dann letzte Mahlzeit und dann nimmst du Müsli und schenkst immer wieder Milch nach. Und dann wirst du nie sterben, oder was? Ja. Aber du musst dich auch an Ort und Stelle voll scheißen. Ja, vielleicht besser als Stelle. Warum du trinkst dann so viel Milch? Irgendwann, irgendwann würde ich den Freitod wohl machen. Was... Was wäre denn eure Henkers Mahlzeit? Eine geile Knackwurst. Jägerschnitzel. Jägerschnitzel und Nudelauflauf. Im Ganzen. In einem. Scarlett Johansson. Ein Jägerauflauf. Jägerschnitzelauflauf. Das klingt aber geil. Oh, Matten. Jetzt Matten, meine Kinder. Eieieiei. Da kommt keiner rein. Guck mal unten. Ich mach mal unten. Fein. Drohne ist drin. Die immer noch drin. Ne, ne, ich hab die. Die ist als hinter der Geisel hergefahren, die wollten mich verarschen. Oh, Vorsicht! Geh los! ach scheiße schon kaputt gemacht ich glaube die kommen hier haupteingang genau von hier einer hat keine weste einer ja ich gehe da jetzt noch nicht rein weil die können da reinschießen die besten platziert so die haben geschossen hier im geiselraum vom fenster bei mir sind die hier schießen gerade die eingangstür auf ich mache nur ganz ganz unangenehme das gibt es mit einem schuss mann maverick ist oben zwei schüsse headshot verpasst der hinter direkt am fenster in dem in der küche bei der geisel unter uns ist einer schießt durch den boden schießt durch den boden jetzt stein boden ist viel zu weit weg den frank hat weiß ich noch jemanden zwei sind noch raus ich glaube die reizen ist mit dem fenster aus soweit es geht ja der hat direkt noch ein allerdings bleibt halt drinnen der draußen meine ich der mäuse domsam da ist er ganz hinten der glatz dicke waal geil du frank macht also pflückt alle weg soll nur noch mal verhört oder die sind nicht gesegelt hier die sind zu viel geschlappe hier und wer hat die beste nicht an wer hat sie nicht an finca und glatz haben wir noch also können sie nix aufmachen wahrscheinlich da war der glatz jaja der glatz ich hab noch was ich stehe wahrscheinlich immer noch am küchenfenster oder ne ne der schild da ganz hinten ja vielleicht bloß aus der küche raus ey ja ah ne der kann so krass gucken mit seinem scope ich bleib lieber hier unten kriegt jemand von euch ich hab kurz ok weil ich bin in der festen kamera deswegen seh ich nix ich war nur ach so da ich seh es ok ah die hab ich schon gebracht dann kannst du ja warnen wenn da jemand kommt ne klar aber ich will mir schnell die beste nein riskiere es wir warten einfach wir setzen das aus ja wie sollen die den jetzt noch holen in 20 sekunden ah der stand da der schnell ganz gehen der hat mich so schön angeschlichen nice 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 aber du musst auf zeit spielen auf zeit ah hier 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 kamera von escher fester kam ja musste gar nix machen musste reingehen man geil ist sogar rausgegangen ja geil ist noch einer rausgegangen oh mann ihr seid so laut ey ich glaub ich muss sich grad mal ein bisschen leiser machen richtig provoziert grad das war witzig ne wir waren defender ja ich weiß ich hab kein sound für defender wins ich spekulier auf snowmobile oder snowmobile was mach ich denn da ach schade ich kann nicht fuse nehmen weil geiße also wenn jemand termite nehmen will nämlich thatcher oder so mir ist egal das war der falsche das war der falsche brite der falsche brite er ist leutsch genommen er soll der gut sein der ist ja auch schotte nehm auch viele schotten viele schotten viele schotten ich nehme den schotten gar nicht wir sind im keller doch gar basemen garage basemen ja aber die setzen uns in den mute schieß auf die geise das ist ziemlich einfach können sie verstärken das nicht ah die haben eh evil eyes jetzt haben wir alles ihr habt keinen gesehen ne Okay, dann, ich glaub, die haben nix, der kann ich einfach durch. Du kriegst drauf an, dass sie auf die Geisel schießen. Nein, die haben kein Mute. Ja, aber wenn die Bandit haben, ist halt auch... Ne, haben sie auch nicht am Jäger. Ja, aber zwei sind auch noch nicht aufgedeckt. Wo muss ich hin? Wegen Garage? Ich weiß... ist... ah, scheiße. Hier links... hier links ist eine Kamera. Ja, machst du Platz? Oder? Die Lefty. Righty, righty. Wir haben das nicht verstärkt, Mann. Die schießen das kaputt, wenn ich das Ding anbringe. Nein, ich kann's einhauen, ich kann's einhauen. Ja, aber warte, ich hab doch so vier. Hallo? Ich hab doch so vier. Geht doch erst mal gucken, droned doch mal bitte einer. Hey, das Ding war von der Wand runter. Ich guck auch noch rein, ey, ich Idiot. Und der Ingo steht direkt am Loch und droned. Das ist sehr mutig. Direkt am Loch. Also in dem Raum hier direkt ist keiner, das nur ein Evil Eye. Oh, das ist jetzt mein Ding abgeschlossen. Hä? Was war das denn? Evil Eye. So. Ich guck auf die Tür da hinten, aber ich glaub da kommt's jetzt. You have been spotted. Ja, von wo denn jetzt? Scheiß Evil Eye. Valkyrie. 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 Ja, wo ist denn? Jetzt ist drin wahrscheinlich, oder? Ja, das Evil Eye nervt halt jetzt. Jetzt kannst du auch kaputt schlagen. Ja, kannst du auch kaputt schießen, aber es muss aufgehen. Wenn's nicht aufgeht, kannst du gar nichts mitmachen. Echt? Ja. Wer schießt da? Wer schießt da? Ist jemand rechts im Raum? Rechts. Nein. Ja. Da? Hier ist der drin. Der hat rausgeschossen. Achso. Hast du eingerissen, ja? Ja. Kann da eine Clayborne machen, Jascha? Äh, wollt ihr erstmal gucken, ob da was ist? Da ist oben einer. Auf der Treppe. Ich guck. Fährst du rein? Fährst du rein? Ich fahr rein, ja. Da ist er. Ich hab sie. Sehr geil. Scheiß, ich hab Angst, meine Granate zu werfen, weil er die Beise ist. Ich dropp das Ding, ey. Achtung, hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Da ist ein Loch! Oh Mann! Oh. Ey, ich hab geschossen. Hä? Oh, die hatten noch einen Millimeter! In dem Raum, in den Zwischenraum, wo ich reingeguckt hab. Ach, das war wieder voll von Arsch. Oh, ein Millimeter, ey. Nein. Stimmt, die haben ja Jäger. Ah, Ingo, das ist querlich. Da war so ein Ella-Ding, ne? Ja. Oben, oben. Ich hab den. Okay. Gibt keine Übel-Eis mehr. Könnte ich mehr schießen. Da, da klebt was an der Wand. Ja, ja. Granate. Neckel, Neckel. Oh, ich glaub wir haben uns gegenseitig gekillt. Ja, ja. Ah, ne, das war die Weiküre. Die hat sich einen Kale-Hall gemacht. Im Weinkeller. Weißt du, irgendwo. Ja, ja, genau. Die hat nichts mehr. Oh, das gibt's doch nicht. Alter, das... Ich versteh's nicht. Ich hab immer neben sie geschossen, ey. Die hatte 1% oder so. Ja. Die hat einfach straight geschossen. Ja, die hat sich gar nicht bewegt. Ach, das ist ein Kack. Ja, das Ding ist, wenn du dich gar nicht bewegst, sei ein Schlechter. Ah, trotzdem besser. Ne, du kannst besser zielen, aber das ist trotzdem schlechter von der Wahrscheinlichkeit, ja. Ach, Mann. Ach, Mann, oh. Irgendwie hat's früher mehr Spaß gemacht. Was ist denn früher? Die letzte Runde. Das Leben hat früher auch mehr Spaß gemacht. Ne, früher als es neu war. Hey, jetzt kommst du auf einmal mit sowas an. Du musst die ganze Zeit zocken und du es so geil findest. Ne, es ist ja auch noch geil. Ich will ja auch besser werden, aber... Es gibt's keinen früher. Aber ich hab das Gefühl... Ja. Es gibt's nur das Hier und Jetzt. Wie bei diesem einen Bild, was ich geschickt hab. Wie bei dem Huhn. Mit dem Kätzchen. Was wäre weh? Nachdem du... Ja, aber ich spiel noch schnelles Match. Nachdem du 200 Stunden gespielt hast, merkst du... Was aber schlecht ist. Ja. Ich in Frau Orland. Also gibts mir den Spiel des Lebens. Dann kannst du im Spiel des Lebens Sieger sein. Das wollte ich auch gerade sagen. Ingo, irgendwann wirst du der Sieger des Lebens. Glück und Verstand setzt alles ein. Lebt dein Leben in Saus und Braus. Warum hast du den eigentlich nicht drin? Den... Doubt it. Doubt it? Kennst du den noch? I doubt it. Der Scheißer kennt den noch. I doubt it, ja. Was? Ja, genau. Ich kenne... Got it? Ich dachte irgendwie so... Meint ihr habt noch nicht Spaß wie ich? I doubt it. Ja, genau. Irgendwie sowas. Genau den meine ich. Die schießen da durchs Loch. Pass auf. Durchs Loch. Was für Loch? Ich seh kein Loch. Boah, da fragen ich schon wieder ganz woanders. Ja, ich mag nicht, dass die Cavera haben. Ja, schieß doch mal durchs Fenster. Das machen die doch auch immer. Ja, ich steh doch schon hier. Guck rein. Mit meinem A-Cock. Wenn ich halt keinen sehe, kann ich auch keine schießen. Ich kann ja meine Grid-Logs reinschmeißen. Mach doch mal. Gönn dir, gönn dir. Oh. Ah, das ist so ein Warmeiding. Jetzt werden die außen ausgeklappt. Naja. Abfragen für's jetzt. Oh shit. Wie verwendet das hier? Supporte dich. Bist du tot? Da ist er. Hä? Hehehe. Ah, ich glaub, kann die sich irgendwie... fahren? Ja, wenn die diesen Schrittmodus anhat. Ja, die ist ja weg. Die ist ganz woanders, Mann. Kannst du nochmal scannen? Ne, die Fußspuren sind weg. Die ist weggeschlichen. Oh, es wird jetzt saugefertig. Ich setze hier eine Claymore hin. Und dann verpiss ich mich von hier. Was hier mit der Hedge? Ich hab nix. Ich kann aufmachen. Brauch ich. Hä, mach doch lieber hinten die auf. Ich weiß doch nicht, dass da eine ist. Sag's mir einfach. Ach ne, gibt's keine. Sorry, ist nur... Ist nur locker... Doch, hier ist doch eine. Aber die kann ich auch aufschießen. Oder? Oh, alle, was? Ach, schreit rein. Ach so. Hab's einfach auch. Geil. Ja, aber allein reingeht ins Gesicht geschossen, aber... Shit. Wow, wow. Ach, Mann, ey. Ach, Mann, ey. Da war er. Komm schon, komm doch auch noch, du Arsch. Okay, hier ist ne Ecke keiner. Da ist ein Schild. Ah, du guckst? Ja. Hier sind deine Fallen. Das ist die Geisel. Ah, hier ist der. Hier ist der Jäger. Der ist bei der Geisel am Raum. Der liegt da am Boden. Der liegt in der Küche. Der liegt da. Oh, hinter uns. Hinter uns. Guck du nach hinten, ich guck nach vorne. Die Frage. Oh, hinter uns. Oh, oh, oh. Ich schnapp mir die Geisel. Ja. Aber nicht zum Haupteingang. Nicht, äh, genau. Geh da weiter. Achtung, er kommt. Er kommt. Komm schon. Ja. Ja, nice. Gar nicht Stealth. Boah. Sehr, 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 sehr gut. Nice. In, in den Magen. Flachkörper gemacht. Ja, geil. Haben wir da gewonnen. Ja, Gott sei Dank. Stimmt. Gott, Ellas Hose ist untenrum sehr eng, ne? Jaja, das ist doch sehr geil. Ella? Äh, ach Ella, Gridlock, man. Aber beides trifft zu. Ah, ich hab'n Alpha-Pack. Ich nicht. Ich hab'n Beta-Pack. Ich hab'n Zeta-Pack. Ja, ein Gamma-Pack. Ich wollte mir gerade mal was zu trinken. Oh, ein Delta-Pack von Delta-Force. So. Ich mach's jetzt auf. Ich guck mal, wie es hier aussieht. An der Fortschritten-Front. Ja, Kicken hab' ich ja geschafft. Geischen. Boah, ich hab'n Rare-Set-Gear für den, äh, äh... Terroristen-Jagd 1500 Punkte. Boah. Muss natürlich direkt ausgerissen werden. Schrotflinten-Eliminierung. Hätt' ich eben fast geschafft, ey. Head-Gear. Weg mit der langweiligen normalen Maske. Her mit der CC-Fliegen-Maske. Was? Ich hab' Black-Eis-Skin gekriegt. Hm, Eis. Hab' ich auch gekriegt. Oh Mann, die Cosmetics sind so unfassbar teuer. Ja. Musst du Monate verspielen, damit du dir eins kaufen kannst. Naja, so viel nicht. Naja, doch. Es ist schade, dass es für die, äh... Äh, 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 la. Für die Mira gibt's kein... Kein Ding ohne Helm. Tja. Es wär' geil, wenn sie sowas hätte wie in dem Trailer einfach nur. Doch, doch. Das gibt's leider, aber das willst du nicht haben oder sehen. Warum? Ja. Ja. Es ist so ne, so ne, ähm... Immer Winkel. Voll. Ja, man, diese Klapperdinger, mit denen man spielen kann. Diese... Kastanjetten. Kastanjetten. Ja, so ne, so ne Frau ist die dann. Also so ein Headgear hab' ich. Wie so ne Frau halt aussieht. Heiß. Seht nicht cool aus, Mann. Ich mach alles. Ich mein, ich koch mir mal eigenes Essen. Ich tue selber Wäsche waschen, seit ich 14 bin. Ich tue Arbeiten, seit ich 14 bin. Seit er 14, das schneid ich ja schon Videos. Jetzt auch. Ich spiel ein bisschen am Soundboard drum. Klingt wie aus so ner Werbung. Jetzt muss das nur so zischen. Zäuschen. Was er mir ohne. Jo, und sonst? Wie viele Leute sind im Stream? Ich sag mal so. Halt die Brücke, du bleibst auf! Halt die Brücke, du bleibst auf! Ach, herrlich, herrlich! Oh ja, das ist geil! Dann macht er sich nen Schokobong auf. Here we go! Was? Was? Was denn? Ich hab mir heute fast die Schokobongs zu weiß geholt. Oh, geil! Aber viel zu teurer. Teurer, teurer? Was ist 3 Euro so ne Packung? Da hab ich mir lieber für 3 Euro Nesquik geholt. Das war total scheiße. Oh Gott! Nein! 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 Das ist ja gut. Was ist jetzt? Hier, weiter. Hier ist jetzt ein Raffaello. Wollen wir mal anrankt machen. Raffaello. Klar, rankt machen. Wollen wir uns mal in den Kopf schieben? Jo bitte. Ja. Also hier steht die 2-Faktor-Authentifizierung ist noch nicht für alle drin. Ja. Einer hat noch nicht. Robin? Doch, ich hab's gestern gemacht. Ja, geil! Ingo? Ich hab's auch getritten. Hä? Ja. Ja. Pech. Na mach unranked. Mit für alle Gruppenmitglieder vorausgesetzt. Das steht da. Na, Pfaff aber kommt. Hier we go! Oh, aber sexy Sportlips. Die sehen ja richtig geil aus, man. Boah, die sieht hammermäßig aus. Mit so Puffy Nipples. Puffy Nipples. Die sehen so aus, als hätte man zu lange dran gesaugt, dass die so ein bisschen hervorschlechten. Mhm. Ah, morgen geht die neue Season für Modern Warfare los. Before Honor. Echt? Ja. Ja. Krass, hab ich nichts mit. Du... Bannen! Ach, bannen! Ach, nicht auswählen. Oh Mann, ich hab mich schon gewundert, warum die Icons zu groß waren. Äh, äh! Äh, äh! Bannen wir denn? Jacket! Oh Mann, der hat mir fast den Maverick einfach gebannt. Oh, so. Ich wollt was aus... Aber ne, wir wollten doch mal einfach irgendeinen Quatsch bannen. Irgendwas, was keiner nimmt. Ja, aber zum Beispiel Thatcher und Mute ist auch immer ganz gut zu bannen. Oder Jäger. Kommt halt keiner mehr rein. Weil du Jäger bannst, kannst du immer fusen. Oh nein. Aber wahrscheinlich wie ein Jäger gebannt wird, wird wahrscheinlich auch Fius gebannt. Ja, danke, danke, danke. Klatsch! Kamera? Knock, knock, knock. Was? Gibt's hier doch gar nicht. Mach'n Keller! Nee, Oryx! Ja komm, mach'n Quevera weg, kauf. Was soll's, Mann. Das hat mal eigentlich auch nen Nachteil, weil der Frank ist ja so gut, der. Ja, ich bin auch nicht schlecht. Ja, aber guck mal, die eine Runde hat er dreimal Leute aufgedeckt. Ja, und immer wenn ich aufdeck, kommt noch einer und killt mich. Ja. So, Leute, ich würd' sagen... Nein, achso, wir dürfen uns aussuchen. Ganz nach obbe, hm? Da sind viele Fensties, ne? Das ist ja schon. Nämlich die Kastl. Achso, gut. Dann nehm' ich die Frost. Falls sie doch durchkommen. Komm, ich nehm' mit dem mal die Pumpe. Ah ne, ich hab' ja schon als Zweitwafel die Pumpe. Bulletproof Cam oder Impact Grenades? Komm, Impact, komm. Reicht, wenn einer aufmachen kann. Und der, der Robin hat schon Impact. Egal. Ich dachte eben, dass wir nicht. Ja. Sagt das, ist das der Dog? Oder? Ich weiß nicht mehr genau. Der Dog. Also, hier lässt man ja offen, gell? Die äußeren wegmachen. Ach, warte mal. Ich bin auch gar nicht der Kastl. Scheiße. Steilaufgabe. Gut. Ich glaub' die Wände hier zuzumachen, ist auch wichtig. Nein, ich! Was machst du denn? Ich hab' das so absichtlich aufgemacht. Gerne. Der Robin ist so'n ordentlicher Typ hier, der macht sofort alles zu. Also, die inzwischen hier kann man... Ach so. Ach so. Das sind die letzten... Egal. Egal. Äh... Ist jetzt im Aufzug, ne? Ja. Ist eine sehr, sehr gute Idee. Oh, ich hab' noch einen Matten. Scheiße, ich hab' ich vergessen. Oh je, das dauert immer so lange. Ah, ich hab' schon geschossen. Oh, es geht ja schon längst los. Ja, die schießen von der anderen Seite drauf. Ich stell' jetzt einfach einen Raum rein. Irgendwohin. Ja, man schmilft das ja. Scheiße, hier können sie doch durch. Ja, hier ist so schlimm offen überall. Ich chill' hier einfach. Oh. Eine Matten. Ich bleib' jetzt einfach mal hier. Oh. Die versuchen, versuchen... Da sind sie! Achtung! 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 Hier! 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 Oh, ich seh's! Ich seh's! Jetzt! Zitat! Dann kam hinterm Hedge. Zweite Pfunde längs gewahr! Oh, was?! Hä?! Oh, Mann! Der Montagne? Ja, der hat ne Pistole Die Ash kommt im Tomb Raider Kostüm Das gibt's nicht, ich hab nichts gesehen Oh, perfekt geblendet Hey Escher, bist die letzte Hoffnung Ich war so blind ey, ich war so blind Wunsch, lieber Sportblitz Warum? Oh man ey, das... Was ist denn ne Schwangere? Absoluter Griff ins Klo Leider nicht Boah, den geilen Bauch, Alter Oh man, wo geht's hin? Ich hab schon fast keinen Bock mehr Aber ich darf mich nicht unterkriegen lassen Oh, jetzt nennt hier das Syndrom, was bei dir immer ausbricht Das ist kein Bock-Syndrom, wenn man zu oft verliert Ja, die selbe, selbe Raum Ja, das find ich eigentlich auch scheiße, warum nehmen wir das? Nehmt doch nen anderen, ich hab gevotet Wenn ihr nen anderen wollt, votet doch Komm, so, zack Jetzt kommt ein anderer Raum Oh, der ist ja doch schlimmer Alles schlimm Ja, aber das ist halt, ich weiß nicht, da oben Im Fenster Ich mag keine Fenster Ah, sehr gut, Ingo Ich kann auch gehen Oh mein Gott 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 Das ist gut Kite Wieder Kite surfen Bin es auch Bin es auch Jetzt gibt's Rock'n'Roll Wie viel Wortspiele willst du heute noch machen? Frost da ist für alle da Seid ihr wie CatDog? Ja Here we go Ich geh auch so durch mich hindurch und komm da auf den Mund wieder raus Egal So, und der Platz ist besser Ach, der ist auch richtig Wegen meiner Macken gar nicht Warte, Ingo Ich mach oben zu Kannst hier gleich Die Deine Klaus machen Hol dir deine Matte Ähm Dings Deine Matte zum anziehen Ist die hier, oder? Die? Warte Ja, ja Super was Und die andere ist Hier hinten Ach, und dahin? Da Da, ja Okay None Wenn ich rückse komm ich so ein bisschen kotze mit Ich geh dir hoch, Alter Ekelhaft A Cynthia Komm schon, beeil dich, beeil dich, beeil dich beeil dich Oh Gott. Ich schaffs nicht mehr Oh Gott Luigi Oh Gott Luigi Oh Gott Ich hab nicht eine Wand Im Moment Aber jetzt ist zu spät ja wer hat denn mein dings weggemacht der jascha glaub ich hat die tür zurückgemacht was hab ich weggemacht? bist du crazy oder was? ich hab seinen jammer kaputtgemacht ich darf es nicht machen alter ja weil aber du darfst es auch nicht so nah an die tür dran stellen aber komm schon wieder ey was soll das denn? doch schön, ist doch schön fängen wir uns den sieg? verlegen wir wahrscheinlich trotzdem jemand ist die matte rein, ich hol es ja toll das sind trolle, die trollen doch rum ja da haben wir auch mal gewonnen ich dachte du hättest nen kill mit deinem handy gemacht ja mein arsch der ist so sexy oh ja das ist geil schließfächer ja ähm ne ist nicht selber egal wie die auf die matte reingefallen sind ja nicht ich muss ja hier die deutschen nehmen die deitschen bringt es aber nicht so viel nehm ich mal Lesion ja wir zocken zu fünft aber äh guck lieber nicht zu, wir sind so unglaublich schlecht ist der der Pro? ja wie witzig der zynix 7 ist wieder dabei ich vermute mal er hätte hätte sonst mal mitgemacht hätte uns ein paar gute tipps geben können aber gegen schlechtes aim kann er uns auch nichts beibringen ja die 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 schlechtes aim haben die müssen sich immer irgendwo in die ecke legen so wie ich also er fest sich wahrscheinlich schon an den Kopf was machen die denn da? das terrorhunt und dann ranked wegen aim ah ach wir sollen terrorhunt äh äh terroristenhunt machen da kann man seinen aim üben hä machen wir doch eh aber wieder ja aber ich ich glaube es ist echt mal ganz gut einfach mal ein paar stunden nur terroristenhunt zu machen ja was ist mir dann so kann man hier noch zu machen? ich würde eine wand machen ich würde auch machen hä wir machen das doch einfach hier inzwischen oder? wo? wo? ja und da ist jetzt eigentlich auch ein loch hergemacht aber egal ich guck lieber mal durch die kamera ist ja offen man ist aber die tür offen haupteingang? ne doch 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 blitz blitz aber nur blitz ich guck mal oben singular nur blitz da kommt der montagne 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 bei mir kommt auch einer rein ne am fahrstuhl ist keiner der würde mein goo reinlaufen oooh der montagne lingo der ist bei dir aber ab zu mir hätte hä? oh man ey wo war der? was war da? was war da los? der blitz der ist einfach reingerannt oh man lass die ash reiß weg hä? sag doch was ja eine sekunde er gibt uns ein paar tipps Es wird auf die Nomad geschossen in der Ecke. Ja, okay. Also am besten wäre irgendwie Haus zu machen. Und dann versuchen alle mit One-Shots umzulegen. Ja, genau. Was sollen wir machen? Nein, so als Zielübung. Haus ist sehr eng wohl und da kommt man schnell ran und dann kann man das schnell... Können wir uns mal bitte auf irgendwas einigen? Ich nehme jetzt auf Parkplatz von. So, ich nehme jetzt nur noch random. Ach, komm. Ach, nee, komm, ich habe ja einen neuen Liebling. Ach ja, jetzt einfach mal. Ja. Hast du den? Ja, ist für nichts. Ich habe auch gestern meinen Ranked gemacht. Ich bin gestern fertig geworden. Der Bronze 1. Ja. Oder? Ja, richtig. Ja, weil du hast ja auch mit uns gespielt. Oh. Ich glaube, das ist auch nochmal was anderes, wenn du mit Randoms noch zusätzlich spielst. Das ist ja auch noch schwieriger, sich zu flischen ranken. Oh, ah, unten. Da, wo wir eben waren, oder? Ja. Ähm, ja, ist meine erste Season. Ich habe... Wir haben uns davor irgendwie nie getraut. Wir haben jetzt erst angefangen rankt. Wir haben höchstens mal unranked gemacht. Ich weiß auch nicht, warum. Das erzählst du nur noch für einen Scheißdreck. Wir haben einfach nur keinen Bock gehabt, diese zwei Schritte-Authentifizierung zu machen. Hä? Ja, das ist erst seit kurzem. Ja, ich habe die auch schon immer drin. Nachdem dein, äh, Vor-Ona gehackt worden ist. Nachdem Yookplay gehackt. Oder hab ich es reingemacht, ja. Aber die haben ja nur, die haben ja nur weitergespielt für mich. Baby Camel bringt von dir hier nicht, ne? Zu weit weg für mich. Wollen wir unten rein, oder ist es zu riskant? Ja, riskant. Ja, du kannst auch über den Fahrstuhl, aber das ist sehr wahrscheinlich, dass da jemand dann lauert. Du kannst auch durch den Tunnel gehen. Oh, wow. Oh, wie dir der hier eine Brüste knetet. Geil. Ich würde übrigens gerne durch den Tunnel rein. Was ist denn der Tunnel hier? Ja, dahin. Da muss man auf die andere Seite von dem Haus gehen. Da ist die Garage. Ganz schön aufwendig. Oh, Mann. Ich trau mich. Ja, eine gute Idee. Ich habe schon gedacht. Siehst du was? Wenn das sauber ist. Nö. Nö, verstecken tut sich da keiner. Also bis vorne zum Krankenwagen könnt ihr laufen. Ja, dann ist hier auch erstmal frei. Hier liegt eine Leiche rum. Ist hier nicht irgendwo eine Kamera? Nee, oder? Ja, Kamera ist schon irgendwo, aber ich weiß jetzt nicht wo. Ich glaube, hinten rechts, oder? Ja, kann sein. Also hier ist jetzt erstmal keiner. In dem Flur ist auch keiner. Im Flur hinten links ist die Cam. Und da kommen, da kommen sie, da kommen sie. Der Tachanka und die Ella. Tachanka und Ella. Ich komme jetzt erstmal vor. Ich gehe mal auf. Sehr schön, sehr schön. Oh, ey, schon wieder kein Headshot. Ich gucke weiter. Ja, ich habe ihn zum Boden gefallen gebracht. Dann hast du ihn abgehört. Also ist alles okay. Okay, es ist keiner da. In der Richtung. Da hinten ist die Ella. Die ist hinten im Käfig. Kannst du die markieren? Wir haben kein Loch gemacht. Kannst du die markieren? Vielleicht. Oh, da war jemand, da war jemand. Da ist die Ella. Links ist die Ella. Die Ella bei war das. Wir sind jetzt halt schon langsamer rein. Wie weit in der Ecke ist das? Oh, scheiße. 50 Stack. Oh, meine Cam ist kaputt. Okay, rein, rein, rein. Ich habe die, glaube ich, gerade selber kaputt gemacht. Sie sind da links am linken. Ah, ich wusste, dass dieser da war, Mann. So blöd. Alles klar, kannst du mich schon echt enden. Dann war ich einfach der Nächste, der mich endet, bist du. Alles klar. Ich gehe da jetzt auch rein. Ja, da war noch jemand. Das wäre lustig, wenn es zu saurig wäre. Hast du einen Diffuser? Nee. Von beiden Seiten. Glant. Es ist zu spät, es ist zu spät. Egal. Was geht? Ja, wir ignorieren ihn jetzt. Ich habe ihn aber noch platziert. Oder? Ja, er zählt noch. Immerhin. Wieso ist denn das jetzt von der Ella losgegangen? Da wurden noch geflasht, der Typ. Du bist das letzte Arschloch. Meine Güte. Komm schon, komm schon. Komm jetzt vielleicht mal hin da rein. Mit dem Arsch. Seit lange. Oder wo ist das? Oder die Jubiläerfront. Jubiläer war es. Jetzt durch den Runden oder was? Ja, gucken wir erstmal, wo es ist. Will der Montagne nehmen? Egal. Okay, ich guck mal, deine Freundschaftsanfrage schon drin ist. Den Diffuser. Den Diffuser. Achso. Diffusau. Ja, da legt es schon mal hin. Bitte. Bitte? Also, ich würde gleich da noch was anderes zocken. Ohne, ohne. Ich glaube, die sind... Oh, das kann er mitmachen dann. Warum? Was willst du denn zocken? Ja, Dings, ey. C of Seas. Guck mal, ich... Ja, ich brauche irgendwas Entspanntes, Mann, ey. Ich war schon wieder bis halb neun unterwegs, Mann. Ich habe die doch gerade eben gehört. Wahrscheinlich sind die ganz unten. Nee. Ja, da. Ja, Ingo hat's. Der Ingo, ne? Sagt schön hier, äh, äh, die sind nicht oben, ne? Jetzt haben sie, jetzt haben sie aber alles zugemacht. Da war überall auch, ähm, Dings. Spawnpeaker? Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Angst. Ah, da ist einer rausgegangen irgendwo. Nach draußen. Ja, weil Kürrat, äh, Kamera, wahrscheinlich. Achso, okay. Ich verstehe. Klassische Scheißaktion, ne? Keiner Kerl. Oh, der ist so langsam, der, der Matron hier, ey. Boah. Shit. Kamera hier habt ihr? Ja. Ja. Von über die Fenster oder von da? Der ist so langsam. Oh, yeah. Wir gehen jetzt gerade aus. Dann gehen wir hier lang. Ja. Aber Vorsicht, die haben hier eben irgendwo durchge... Ah, ja, da ist schon einer. Ach, Mann, Junge. Ich bin auch so blöd. Warum gucke ich denn auch nicht vorher? Oh, ich mache ja alles falsch, was man falsch machen kann. Alles klar, ist, äh, also es sieht so aus, als ob gleich der eine oder andere geht. Dann kannst du gerne wieder mitmachen. Der Warden, was ein Hurensohn. Das gibt's doch nicht. Ja, von draußen. Der ist rausgegangen. Ja. Ja. Moment, ich droniert, ne? Das gibt's nicht. Der hat gewartet, bis ich's Handy wegkriege. Achtung, Achtung, hinten, hinten. Ach, nein, nein, nein. Da, da, schieß, schieß, schieß. Also, deswegen kannst du Schnellsuche echt vergessen. Einfach draufhalten, ja. Warte, wir machen gerade Schnellsuche? Nein. Wollt schon gar unrankt. Stimmt, ist er unrankt, egal. Trotzdem mal Arschlöcher. Ja, schieß. Komm, schnapp dir. Oje. Oje. Sporealated all friends. Der, dieser Warden, so ein Spaß. Das ist... Was, was los? Ne, immer, immer wenn man den Robben sieht, dann ist der nur am rumkriechen, ey. Ist er immer am Boden. Ah ja. Da verlebt er halt am längsten. Das sagt aber auch nix, ne? Schon ganz lange, stimmt. Vielleicht spielt er gar nicht mehr. Aber denn jetzt geh ich raus, oder was? Also, ich bleib drin. Ja, ich geh raus. Okay. Dann, äh, dann geh mal raus als Team. Los, los, los. Dann schmeißen wir den Frank raus und dann hole ich den, äh, anderen Nei. Ich bin selber gegangen, hallo? Brauchst du mir drausschmeißen. Äh, in White Player. So. Ähm, hast du noch die Daten für den Teamspeak? Das ist kein Problem, wir haben eh, wir können eh nur unranked machen. Irgendeiner hat seine Zwei-Wege-Authentifizierung noch nicht, der ist hier noch nicht aktiv oder noch nicht scharf. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oh geil, der zieht sich um. Wer? Ach so, ach. Sexy Sport-Clip. Ach geil. Hallo. Und hallo. Hallo. Was ist denn? Ja. Wir sind ein bisschen, wir sind ein bisschen frustriert. Wir sind irgendwie richtig schlecht. Ja, ich hatte auch gerade meine Rage-Phase. Ich hätte ihn nachvollziehen bei dem Game. Ja, Schatz, wir kurz vorm den-Stellieren. Hatt ich aber letztens auch. Auf Coastline kann ich mich noch gut dran erinnern. Hab ich von Runes außen, hier durch die Barricade, war zu. Bin quergerannt, der hat mich gewontippt. Mir auch so okay. Auch erstmal alter Fiat. Tastatur zerschmettert. Am eigenen Kopf. Ah ja, dann, äh, unranked. Weiter, ja. Ja. Also für alle, die ihn noch nicht kennen, das ist der Kiwi, wir sagen Kiwi, ne? Und, äh, ja, der hat einfach mir mal zugeguckt und sich gedacht, komm, den Noobs helfe ich mal ein bisschen. Das ist ein Satz warme Ohren. Wenn wir was scheiße bauen. Dallee, Alter. Die Leute auch schon fünfmal. Ja, das ist, äh, das fällt uns auch immer öfter auf, dass die Map-Rotation irgendwie sehr eng ist. So, Ben. In Unranked sind ja auch andere drin als im Ranked Pool. Ich glaub sogar mehr? Weiß nicht, keine Ahnung, ich hab da keine Übersicht. So, wer, wen wollen wir denn nicht? Jacky? Wie immer, hm? Fatcher am besten. Wegen Garage vor dem Breach. Ob die überhaupt breachen, ist dann die Frage. Nach dem, was für einen Spot wir gehen. Ja, keine Ahnung, das mit, äh, Aiming. Ich hab ja auch von PS4 und hab auch ziemlich, äh, scheiß Aim gehabt. Ich hab halt T-Hunt gesuchtet wie ein Kranker. Ich hab jetzt nicht das Beste, hm? Nee, ich wollt nur sagen, dass mir das zu langweilig hält. Ja, keine Ahnung, ich mach das halt immer, wenn mir langweilig ist. Wenn gerade nicht gezockt wird zwischen so einer Pause und so. Ach, ich spiel ein anderes Spiel. Das ist auch eine Idee. Ich hab halt auch ein bisschen Subnautica, ein bisschen runterkommen, ein bisschen chillen. Ja, geil. So Hardcore runterkommen mit dem Spiel. Ja, aber richtig. Obwohl, wenn du dann so ein Ding ins Gesicht springst und so. Ja, also wenn man so, äh, diese Tiefseefurcht hat, ist das schon manchmal ein bisschen gruselig. Bin ich letztens richtig zusammengezuckt. Aber das war auf einer Insel, ich war auf so einer Insel. Spielst du das Adon oder das Erste? Ich hab beide, aber ich spiel das Normale momentan. Okay. Nee, und, äh, ich war auf dieser Insel, da war nichts zu sehen. Und auf einmal springt mir irgendein Vieh ins Gesicht. Ja, diese vierbeinigen Spinnen-Dinger. Die sind auch so klein, die sieht man auch nicht. So, wo gehen wir hin? Kitchen hasse ich. Kitchen oder unten? Ja, das sind, also, das sind die besten Spines. Ja, dann Weinkeller. Dann am besten einen Bandit. Oder einen Khaid, weil die ja... Bandit, bin ich dabei. Keiner Jäger, dann nehm ich Jäger. Ach, dann hab ich ja frei. Dann bring die Dinger einfach an. Also einfach an, bring nicht active spielen. Ah, die Jascha, hast du das überhaupt schon mal gemacht? Was? Wenn jemand was platziert, dass du dann mit dem Bandit kommst? Ja. Hat's auch geklappt? Nein. Du musst halt ruhig sein dafür, ne? Weil sonst... Also hier zumachen, ne? Erstmal hier. Da bist du schon mal ganz falsch geworden. Macht irgendwer die Hedges. Also, nur den... Also, den hier nicht. Der, der gepinkt ist, den nicht. Ich muss euch Finger von unten dagegen werfen. Ähm, am besten... Hat noch wer Reinforcements. Eine hab ich auch noch. Am besten macht ihr hier nicht zu. Also, jetzt, für nächstes Mal. Am Ende soll man noch ne Hedges, oder? Dann ne Rotation hin. Und hier dann zu. Ja, ich hab nix zum Aufmachen. Hier zu und da auf. Jetzt haben wir hier die Rotation. Aber dann macht jetzt so, ist gut. So. Oh mein Gott. Was ist denn mit dem Aim los? Ja, wir brauchen hier noch einen, bitte oben Hedges machen. Ich komm mit. Ich komm ganz schnell mit. Hinter der Bar. Hinter der Bar ist noch ein Hedges. Also, wo die Bar ist? Ja, ja, ja. Oh, ich glaub, die kommen schon. Scheiße. Ja, scheiß doch. Mach einfach zu. Ich halte dich. Fuck, ich bin in der Küche gelandet. Im Wohnzimmerkisch. Ah. Ah. So. Und da kommen sie. Hat der Jera. Ich muss ganz schnell runter. Rageley, oder was? Einer muss hinten Wine-Zeller halten, bitte. So, ich hab... Also, A. Jetzt mach ich den, äh, den Hedges. Wir haben jetzt halt keine Rotation. Das ist halt nicht so gut. Ei, ei, der schießt durchs Loch, ohne. Ei, der schießt durchs Loch. Ja, Achtung. Der macht Feuer, der macht Feuer. Ja, jetzt schmeißt das nicht durch. Die breachen. Die haben gebreacht. Oh, die haben gebreacht. Hat's halt eingederschossen. Ja, direkt Teamkill. Der hat's wahrscheinlich einfach reingenommen. Da kommt die Drohne. Da kommt die Drohne. Oh, jetzt wissen sie alle, dass wir hier sind. Ich hau ab. Ei, was war das? Sorry, das war das Kuh. Das Mist. Ah, von unten. Scheiße. Die kommen auch von der anderen Seite. Die kommen von der Garage mit dem Auto. Mit dieser Werkzeugkisten-Garage. Keine Ahnung. Psch, psch, psch. Wo der Kühlschrank steht. Guck mal hier. Der macht's, der Oman. Da, da waren sie, da waren sie. Ja, da ist auch gespottet, da ist irgendwo eine Drohne. Ah, da hinten. Einfach nicht pieken, die müssen reinkommen. Wir müssen nicht rein, äh, da war Frost. Halt ihr zu zweit hinten den Spot und wir hatten die vorne. Ja, ich guck noch auf B. Wo ist das Barbräuer? Ich glaub Mainstairs. Nee. Hä? Einer plantet. Wo? Bei der Mülltonne. Hä? Oh. Hab ihn, hab ihn. Good job. Schöne Runde. Okay, bug ist korrekt. Achso, es ist kein MLA. Es ist kein MLA. Ja, der defused. Ja, dann macht's weg. Ja, geil! Keine Ahnung, man muss halt oben immer Runout halten. Aber das kommt, also da, keine Ahnung, da denkt man glaub ich nicht dran auf Lower Ele. Oder so, ohne das jetzt herabgehört und zu sagen, sorry. Also, es ist nicht schlimm, ich hab eh kein Wort verstanden. Also ich bin da die Games-Fore gerade rausgerannt und da wird normalerweise eine Claim oder sowas geplaced oder einer. Äh, Games, der Raum. Okay, komm, lass dir jetzt halt Kitchen nehmen, wenn Kitchen gut ist. Was, was brauchen wir da so? Ja, egal, was zum Rotation machen, also eine Contact oder eine Shotgun. Mh, Bennett braucht man nicht unbedingt Echo vielleicht oder sowas. Echo ist gebant. Ups. Hm, ja, wenn einer will mal... Ach, da hab ich gar nicht mehr. Oh, ich mach Stock Shit. Nehmt einfach irgendwas, passt. Wir müssen, wir müssen, ich hab grad nicht hier drauf nachgedacht. Wir müssen den Hedge auf jeden Fall reinforceden in Master Bedroom, der runter zur Kitchen geht. Ja, dann geh ich doch mal direkt, geh ich doch mal direkt hoch, dann kann ich oben direkt alles vermieden. Und zwischen Trophy und Kitchen bitte Rotation da. Also da bitte einmal aufmachen, dass man da durchlaufen kann. Wo soll ich mich jetzt mal orientieren, hier? Äh, ich hab nix zum Rotieren. Wo, wo denn? Ah, da ist eine. Hier, wo ich, da, wo der Gabe ping ist, da aufmachen. Ach, aufmachen wir die Hedge hier. Nein, den Hedge zu, den Hedge zu. War nur bedingt gedacht, für die Rotation. Daneben soll ich verstärken, oder? Oh, ich will hier aber nicht drinbleiben, ey. Dann jetzt Goose, dann jetzt Goose in die Eingänge und so. Ach, ich hasse das Winter. Ich bin spotted, irgendwo hier hockt ne Drohne rum. Ich kann jetzt halt auf die Eingänge gucken. Okay, jetzt einer fährt durch den Hallway. Ah, ihr wollt einer rum. Ihr müsst jetzt aufpassen mit Kitchen Window, aber habt ihr wahrscheinlich schon im Zoo gemerkt, da steht ja einer. Ich hab mir jetzt ne ADS-Timmer. Kann einer, kann einer da sitzen und da ein bisschen halten, dass keiner von der Doppeltür da von der Mailer bekommt? Bei Main, falls einer Bock hat, dann hier in Chofi einer spielen. Aber passt mit den Füßen auf, falls da einer spielt, wegen dem Drohne hole. Also ich sitze auf der Treppe. Oder wir spielen einfach so, weil ich laber gerade zu viel, sorry. Ne, alles gut. Wir wollen ja lernen, alles gut. Ja, ich versuch mich auch immer zu informieren, aber wie man die Maps spielt oder so, da kriegst du echt schlecht Infos. Ähm, pass auf, da ist ein Dornhole neben dir, ne? Feind, 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 äh, überlistet. Der ist unten. Robin, bei dir, da ist ein Lauf. Hinter dir ist ein Dornhole. Da können sie durchgehen. Dass man dich da nicht abknallt. Da ist so ein Schlitz, da legen die sich hin und gucken durch. Wo wurden die überlistet gerade? Ich hab's nicht gesehen. Backkraft bei mir rum. Einer. Ja, du läufst auch auf der Stelle. Einer Ballert von der anderen Seite, Chofi auf. Ja, ich glaub du lagst. Ich lieg aber nicht gegen, glaub ich. Einer ist schon, äh, Westman's, der ist drin. Oh, ich hab's gecallt, sorry. Hier. Ja, ja, ich guck hin. Irgendwo schweißen sie sich durch. Der Full Flash. Von oben? War das von oben? Nein, von dem, von dem Outside-Window hier. Sie blendgranate. Einer ist im Hallway hier, äh, Close bei dem Kitchen Hallway, da, bei den Stairs. Weiß nicht gerade, wie das beschreiben soll. Ah, die Fiosen, die Fiosen in die Küche rein. Das ist mal das weg. Firmate is down. What the fuck? Egal, Teamkill mit Fios. Was ist das? Es ist übel verbuggt. Ich hab Damage gekickt, obwohl die keine Dinger angekommen sind. Ja, das mit Fios ist, äh, ziemlich verbuggt. Wir haben Trophy gedrohnt. Einer ist Trophy-Window, also B-Window. Ja, der Oman ist bei B. Er kann auch Kitchen-Window kommen, passt auf. Der Robin läuft hier auf der Stelle. Ja, ich glaub, der, der ist, ist abgestürzt. Ja, er ist. Ja, und raus. Seine letzten Worte waren, ich glaub, irgendwas stimmt. Einer ist beißt mein Wind. Ich war an der Trappe. Scheiße. Von wo werd ich gekippt? Kacke, Mann. Die sind bei B. Ja, einer Trophy-Window. Ach, ich hab ihn gesehen. B-Window war einer. B-Window war einer. Ist bei B. Das ist natürlich uncool. Lass euch mal spielen. Versucht mal irgendwie zurück an einen Spot zu kommen. Also ihr müsst irgendwie rein. B. Hinten. Wo ist denn diese Kamera? Ah! Good job, einer tot. Wahrscheinlich ist noch einer auf B und der andere weiß ich nicht, wo der ist. Einer ist in Kitchen. Good job, nice shot. Der letzte ist auf B. Komm, Ego, müssen wir zusammen. Ich geh rechts oder links? Pass auf, links ist auch eine Tür. Ja, er ist in B. Wo, 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 wo? Auf B ist er. Da, da. Blackbeard! Oh, scheiße! Rechts, rechts. Schild, Schild, Mann. Scheiße. Links. Ah, Mann, das blöde Schild. Du musst noch nix mit Headshot machen. Nee, nee. Da muss man gegen seinen Instinkt arbeiten. Schafft das Problem ja nicht, weil ich mal einen Headshot. Schießt. Dieser Schwarze, der so das Auge runterzieht. Du bist so ein Killer, weißt du, der, und dein Markenzeichen ist, dass die Leichen nicht durch den Kopf erschossen werden, sondern durch die Kniescheiben. Und dann liegen so zwei, so vier. Das soll man jetzt schnell einen Spot wählen. Achso, ja, komm, wieder kitschen, oder? Komm. Was eben fast gut geklappt hat, wird jetzt noch besser. Niemals klappt gar nicht. Was hab ich eben genommen? Ich hab's vergessen. Ich glaub, ich hab hier docket Klauts, sorry. Oder? Oder hat es nur Oman? Nee, 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 alles gut, alles gut. Ach komm, Kassel. Geht immer, Kassel. Ach, warte mal, du bist dieser Oman? Ja! Das wär ein Fremder, oder was? Oh, der ist aber gut hier. Nein, ich hab mich gewundert, weil es ein anderer Name ist, das letzte Mal. Achso, ja, er hat... Night-Account, oder was? Sein Smurf-Account. Ja. Nee, der andere war doch der, oder? Ach, scheiß Drohne, Mann. Äh, diese blöde Drecksdrohne. Ja, das ist das Schlimmste, wenn der immer steht, you have been spotted, ne? Guck mal, du kannst hier das Gestrüpp wegmachen, weil manchmal hocken die auch hier. In der Ecke, was? Ja, ich hab auch noch, ich hab auch noch ein paar Wände. Ja, ich war auch viel zu langsam, viel zu lang mit den Drohnen beschäftigt. Oh, okay. Kommen die schon? Oh, okay. Könnt ihr hier wieder ein Loch machen, bitte? Ja, mach ich. Mach du mit dem Kitchen-Window? Ja, ja, geht schon wieder weg. Nate, Nate, die Nate ist Kitchen und Achtung. Oh, 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 oh. Was war die letzte Nate? Er hat keine mehr. Es gibt vielleicht auch ein. Ja, bei mir. Hosen. Oh, fuck, Alter, was ist zur Hände? Vorsicht, Vorsicht. Ander dead. Sehr gut. Ah, shit, fast erwischt. Oh, man. Die IQ kommt vom Haupteingang. Ach, scheiße, dann sieht sie meine Fallen. Ah, die hatte nur noch einen Millimeter, das gibt's doch nicht. Die wollte unten durchs Loch schießen, das ist ja fies. Oh man, wir sind auch noch einer weniger und der Robin kommt nicht mehr. Ah, der fuck. Internet sagt nein. Jana, 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 Jana. Ich weiß, die Kati hat ihm das Internet abgeschaltet. So, jetzt geh mal schlafen. Jena will irgendwo rein breachen. Hedge? Ah, die haben die Decke nur geöffnet. Da oben ist einer. Blackbeard? Ja, Jana. Jana, Jana, genau. Oh, hier drohnt wieder jemand. Scheißdreck. Ja, jetzt machst du die Kamera kaputt. Ja, ich bin gleich instant tot. Die füsen schon wieder. Och Junge, lass es einfach bitte. Wer ist denn hier noch im Stream dabei? Hallo? Ich guck da Robin jetzt. Verlaufen. Ich hab ihn einfach verlaufen. Komm mal bitte hoch hier. Ja, ich suche ja den Weg hoch. Fuck. Nice, nice, nice. Das war gerade ein reiner Reflex. Hier im Keller, weißt du? Ha, die liegt mir im Kopf auf dem Rücken. Geil, sexy. Fein in der Luft. Also hier, der... Einer's Kitchen Window, einer Kitchen Window. Nee, der guckt noch rein, der guckt noch rein. Ja, ich weiß. Oh, 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 schick. Ja. Ja, komm schon, Ralf, komm. Einer's Trophy Window. Ja, das war nix. Nee, nee. Im Chat ist ja ordentlich was los hier, der ist, äh, We Famous. Kennst du den? Ja, ich spiel normalerweise mit ihm. Ach so. Und, äh, und ist Sire, Sire. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, hat auch geklappt. Die alle da? Als sei, dass bei mir längst noch jemand reinkommt. Ja, oder auch. Ja, sa- sauber, ey Leute, was ist mit euch los? Haha, Kapka liegt mir langsam. Beide gleichzeitig erschossen, ey, von beiden Seiten. Geil. Ich bin stolz. Jetzt müssen wir nur noch hier, äh... Ah, ja, der Trailer war schon geil. Ja, ganz reibend. Die sollten mal so eine, äh, so eine Miniserie machen vielleicht. Filmen einfach. Okay, bei mir ist das Spiel aber auch grad buggy. Warum nicht? Nicht abgekackt jetzt. Ah, lässt sich normalerweise von uns carryen, schreibt er. Haha, ja jetzt haben wir ihn geschnappt. Jetzt haben wir zwei Heartbreacher, toll. Ich mag's hart. Egal. Egal, Hammer. Egal! Ja, das war jetzt zu spät. Bitter flogen. Komm, mach, jetzt drück ich noch schnell, komm. Egal. Weißt du, jetzt ist auch egal, weißt du. Hättest du direkt normal drücken können. Und dann wieder und dann wieder. Ne, ne, das wär dann zu viel. Also die sind nicht in der Küche. Hier mal Keller. War immer schon im Keller? Ja, Keller. Keller, Keller. Keller, Keller. Ela, Ela. Ela, Ela. Ela, Ela. Ela, Ela. Ela, Ela. Ela. Man merkt, wie ein Casual. Ela, Ela, Ela. Ela, Ela, Ela. Ja, aber wir behalten den Sündig Stone ein bisschen. Also, seit er dabei ist, läuft es irgendwie besser. So, wie er eine Knarre lädt und sich erschießt. So, weil er nie die käme. Da. So, ähm. Ah, schon weg. Verstärkt 100 pro. Ja, ich bin doch hier am... Ich bin doch hier der Preacher. Ah, die haben Fenster. Fenster nach draußen. Deine Drohne liegt auch noch da, ne? Fenster nach draußen? Alter, dann können wir doch raure. Ja, rauch doch eine. Oh, den wollen wir nicht zurückschreiben. So, oh, wie gemein. Ja, aber wenn du da jetzt was machst, die werden das abschießen, gell, im Termite? Ja, komm, da geh ich rein. Ich geh mit rein. Deswegen müssen wir von oben kommen. Ich bin ja alleine, man. Okay, gib durch, wenn du was siehst, ne? Wo, wo, wo. Wie schnell du bist. Wow, wow, wow. Oh, wow, wow. Ich hab auch noch ein paar Blendies. Und dass kein C4 rausgeflogen kommt. Bei dem Mülltunnel sitzt einer. Oh, die Mira nach outside. Einer ist von Nektor. Einer ist bei dem Window. Da, da, da. Ah. Ich glaube, einer ist sogar Roman. Könnt ihr mal fast reachen? Wo, wo, bei dir? Hier ist ein Hedge. Alles klar, ich komm. Ja, ich komm. Dann machen wir das so ein bisschen aufgeteilt. Das war der erste jetzt schon im Start. Okay, das geht auf jetzt. Aber das, oben war keiner. Habt ihr keinen gesehen? Okay, ich mach auf. Drei, zwei. Ich hab noch eine Blend. Okay, das war jetzt einfach nur mal Blindgeschosse. Warte mal, ich blende rein. Ah, da war ein C4. Ah, ich hab's sogar gesehen, Mann. Ich hab's peep, Mann. Scheiße, Mann. Hat er genau gezogen. Also, ach, er hat's genau dann geworfen. Och, was? Ah, scheiße. Ah, warum? Das ist mir zu heiß. Die Garantie ist auch schon abgelaufen. Den kann man nicht mehr zurückgeben. Immer noch eine Ecke, gell? Ja. Ganz hinten, da, wo das, da, wo das, äh, das Schneemobil ist. Oder? Da war der doch. Ja, gegen drei. Komm, komm, komm. Den schnappst du dir noch. Ich bin mir noch bei der Tonne. Genau da, da. Grüne Tonne. Ah, schade. Nicht schlimm, nicht schlimm. Jetzt schaffen wir's. Wir sind ja auch einer weniger, also. Ich muss auch sagen, ich hab nicht mit dem C4 gerechnet, weil das hat mich voll auch an Terrorist Hunt erinnert. Mann, ey. Wo bleibt denn der Robin? Verdammt. Kommst du auch aus dem Saarland? Nee, ich komm aus Hesse. Scheiße, müsst ihr fressen. Ich bin ein Hesse. Ah, wen nehm ich denn mal? Der Dermite? Nee, komm. Du kannst kein Hesse. Ich kann, was? Ich kann kein Hesse-Babbel? Nee, kannst du nicht. Ja, aber bei dir klingt das immer so auswendig. Komm, ich nehm mal hier. Hast du nicht bei deinem einen, ähm, Mad Libs, hast du doch irgendwie Culture-Kennung? Ja, ich weiß nicht mehr genau, ich hab einfach. Da kommst du nach Hause, ne? Oh, wie du so unterstehst, Spiele, ne? Spielst du ein bisschen casual, um ein bisschen warm zu werden. Und dann spielst du Ragnon und verlierst die ganze Zeit. Bisschen warm, bisschen casual, um warm zu werden. Es freut mich, dass du's lustig fandest. Es hat keiner geantwortet und du dachtest, oh. Mit dem Joe Jackman fand ich noch besser. Du sollst nicht pieken, ja, aber ich will doch auch mal einen killen. Warum treffen die so gut? Erdgeschoss. Ja, hier sind sie. Ah, das sind Kutsche, 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 Kutsche. Jäger haben sie. Aber wir haben ja eh nix. Ah doch, die können meine Nomad-Dinge abfangen. Die gehen am besten Master-Bad schon rein, also oben. Die Hesse-Kume-Abfahrt. Alle Hesse sind für Bräsche, denn die Klaue Aschbräsche. Das ist das Einzige, was man über Hesse sagt, ne? Ah, da haben die eben die Griffelche mit dem Kneipchen in Stickelchen geschnippelt. Also was, äh, Bedroom, Main, irgendwas? Oh, ich hab keine Ahnung, was wir hier machen. Gehen am besten oben rein, damit wir den Hedge aufmachen können. Das, das klingt gut. Und der Fuse fusen kann. Ach, wir haben ja für sie. Irgendwie, dass die alle On-Spots sind. Weiß nicht genau, warum. Weil das letzte Runde auf... Ah, ich hab's! Wir haben sie beide. Ja. Die ganze... Die ganze... Die ganze... Die ganze... Ja. Das bemalte Gesicht rausgestreckt. Ja. Jetzt ist sie auch so abgefuckt. Auf der Reservebank. Ja. Ah, meint der, jetzt kommt noch jemand hoch? Ah, ja, hier ist noch einer oben. Wo? Geh in Deckung, geh in Deckung. Hier nebenan, hier nebenan. Achso, geh mal weg jetzt von der Wand. Geh mal von der Wand weg. Sehr gut, sehr gut. Ich mach die Hedge auf. Ich hab noch sieben. Hier hinten ist auch noch eine Hedge. Dann mach ich die auch auf. Ich kann da auch mal fusen. Was haltet ihr denn da? Klasse, gibt's echt viele Hedges. So, ich mach die Hedge auf in drei. Halt ich fuse? Okay, die Bom. Ja, mach doch. Ich mach die Hände auch auf. Fuse einfach durch den Boden. Ja, mach da ja. Jetzt mach das. Ah, ich häng messen. Ist doch, wo ist denn hier harter Boden, Alter? Das ist fucking Parkett. Was ist denn los mit dir? Ah, wo ist denn die Kamera, Mann? Ich find's denn nicht. Du behindert bist. Psch, 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 psch. Komm, komm, sie sehen schon. Wo ist denn die Kamera? Sie sehen sie nicht. Sie hat dauernd entdeckt. Draußen ist die, draußen. Warum bin ich denn dauerstunde? Oh, 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 oh. Hä? Der hat uns beide? Ach, scheiße, ja. Oh, Mann. Der Cup kann in the Operator remain. Loser. Wir wurden auch die ganze Zeit gespottet. Der Cup, äh, Dings. Black Eye, irgendwo Lachs wahrscheinlich. The Black Eye? Black Eye. Ja, aber da wirklich von außen, weil da war. Da war einer, da war einer. Ach, Mann, Alter. Ich... Ach, nee. Oh, jawohl. Geil. Der hätt ich kein einziges Mal getroffen. Hier, hier ist einer. Oh, nice. Oh, nicht mehr lang. Naja. Und jetzt beide noch killen. Schade. Oh, Mann. Ich hab irgendwen rechts gehört, hey. Haben wir jetzt verloren? Nee, wir müssen noch eine Runde gewinnen. Nee, in der Ecke war keiner. Fuck. Und mit einem weniger ist auch doof. Ja, klar. Aber warum kommt der Robin nicht mehr wieder? Ist wirklich das Internet abgeraucht bei denen? Hat er öfter mal Probleme? Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er einfach keinen Bock mehr hat. Ach so, ja. Das kann auch sein. Ja, weil das, äh, muss er auch früher aufstehen immer. Ja, aber morgen ist doch Feierdach. Ja, aber es heißt ja nett, dass du es dann auch so lange aushältst. Ne? Du musst dann auch mal schlafen irgendwann. Also heute, egal. Ja, ich gehöre auch nach der Runde dann auf. Wollt ihr uns den Kiwi abkaufen? Guter Preis. Wie viel? Ich würde mal sagen, wie heißt die Six-Währung hier nochmal? Reno. Ansehen. Renown? Wie hat sich das denn ausgedacht? Fast so geil wie, fast so geil wie Boynes. Auf deutsches aber Ansehen, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, aber das ist doch keine Währung. Ja, das klingt irgendwie komisch. Aber es klingt nicht nach Geld. Vielleicht war das deren Absicht. Ah, Vigil. Ich seh irgendwie, also ich seh keinen Vigil, mein ich. Imperiale Credits? Ich seh nur das Flimmern. Hey, wo sind die denn? Republikanische Kredite. Ganz oben vielleicht? Ne, ganz oben seid ihr, ne? Der ist ja wieder was anderes. Die sind ganz oben, die spielen Master Battle. Die haben wieder eine Kivera, also bitte nicht alleine rumlaufen. Und die haben wieder Capcan, also Capcan. Aber er hat die meisten Onspot gemacht. Ah, da ist die Kamera. Nein, und Dingens, Spawnpeaker. Ah, Alter, zwei Kamine. Im Erdgeschoss, Spawnpeaker im Erdgeschoss. Ah, Vigil und Kamerne. Ich hab's überlebt. Ein draußen. Ist das, ist das... Da hab ich doch die Bohrmaschine vom Capcan gehört. Ich weiß halt, wo ihr seid. Ich laufe die ganze Zeit, ich strafe die ganze Zeit hier lang. Also da links, ja, da war der Dings, der Capitao oder wie alt. Ja, ich seh das Loch noch. Keine Ahnung, irgend so ein Typ halt. Capitao. Das weiß ich, irgendein Typ. Mein, ihr reißt. Aber einfach, wo nachher ist. Reißen doch eh alle gleich. Ah, hinter uns. Ja. Ach, die Frost. Ja, die war oben. Ja, nähert mich. Oben und draußen. Der Hammer ist so asozial. Jetzt bin ich weg. Das ist so ein Scheiß, Mann. Ja, und unten der Wittl. Der ist immer noch da. Ist das... Der ist immer noch da raus. Da, 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 ja. Er hat sich grad... Er hat sich grad getarnt. Aber, äh... Ist das üblich, dass man das Bond pickt? Pickt? Und der ist immer noch da. Zwei Kamele. Zwei Kamele. Zwei Chimeras. Chimeras. Der kommt wieder raus. Das interessiert ihn doch jetzt gar nicht mehr. Jetzt ist der Dings, der Wittl, oben. Nice, nice. Und die Frost kommt. Die steht da oben an der Treppe. Genau da. Läuft zu lang. Kommt dir... Läuft genau über dir mit dir. Da, Kamera über dir. Hatte ich gesehen. Oh, man. Oh, mein Gott. Und dahinten ist der... Oh, mein Gott. Oh, oh, oh. Äh, Rook. Rook kommt. Rook kommt. So hart ist es. Oh, Hammer. Äh, Rook ist immer noch da. Oh, das gibt's doch gar nicht. Ja, sie wurden so zerfickt. Und dann macht alle Platz. Könnte das ein Ace gewesen sein? Von uns hat keiner einen Kill, oder? Ich hab schon... Ich hab schon lang keinen Kill mehr gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Hä, was ist denn ein Kill? Ja, das war ja... Das war ja richtig geil, ey. Das hat nice gemacht, dazu zu gucken. So, was nehmen wir jetzt wieder? Hier, Wein? Nee, Kitsche ist immer gut, ne? Und die Bar? Oder was? Oder wir gehen nochmal unten. Wein, Weinkiller? Ah, ja, komm. Finde ich eigentlich auch. Weinzeller? Er soll ich da nochmal de Bandit nehmen? Jo. Ja, dann nehm ich de Bandit, ne? Ah, wieder zu lange gebrochen. Aussuchen. Ella, Ella. Achso, ja, Ella am Start. Ja, aber macht bitte... Macht bitte hier nicht zumachen. Ja, ich mach da jetzt ein Loch rein. Ja, genau. Habt ihr ne Shot? Ja, mach doch mal. Ich hab ne... Aber den Rest hat da... Dings rum kann man zumachen. Macht da die Wand am besten zu. Gibt's Hedges? Ja, nein, nicht gleich. Hedges gibt's auch, ja. Ja, dann geh ich hoch. So, ich mach die Batterien jetzt aber direkt hin. Mach deine zweite Wand bitte da. Äh, was? Deh, ich werde mal nicht treiben. Okay. So, ich hab noch Busy Stahl-Dredsch. Na, komm. Gibt's denn hier noch ne Hedge? Puh, hier ist er da, ja. Oh, ich hab bisschen Schiss. Oh, das könnte bisschen eng werden. Aber ich bleib hier unten. Habt ihr... Hat einer ein Stacheldrad hier bei der... Bei der Treppe? Ich hab da ne Ella-Bombe platziert. Ne was? Eine Ella-Bombe. Ah, ja, ist gut. Abbrechen. Sorry. Okay, jetzt Konzentration. Ja. Geil. Oh, platziert das dumme Schild nicht. Och, Mann. Huch, was war denn das? Der hat hier so ein Loch reingeballert. Beide Batterien sind explodiert. Ach, das ist Kali. Das ist die Fähigkeit zu machen. Ei. Frechheit. Ja, die flashen rum. Schild ist beschissen, was hier ist. Ja, jetzt sind sie drin. Verlauch nicht in den Spread rein. Ah, ich muss hier weg. Sonst, die wissen, dass ich hier bin. Ach, Mann, Leute. Ich hab so Schiss. Ich hab das Schild recht kack geplaziert, Mann. Einfach drinbleiben. Einfach drinbleiben. Nicht pieken. Ah, aber die wissen, dass das hier jemand ist. Sorry. Ja. Wieso? Sorry, das ist doch gut. Das ist doch wunderbar. Okay, du guckst in die Garage, ne? Ich guck die Treppe. Ist jemand beim Seinkländer? Wir sind da, wir sind da. Achso, du bist da, okay. Ich bin gespottet worden, aber von wo? Hier steht irgendwo eine Drohne rum. Keine Ahnung, ich seh die auch nicht. I don't know. Achtung, ich komme vorbei. Danke. Einer ist noch outside A, äh B. Oh, die haben geplänt. Äh, wo? Ach, bei B natürlich. Genau, da müde ich schon, ne? Was weiß ich? Oh! Fuck. Hallo, Mann. Ne, das war's. Alle weg. Okay. Das war aber nicht meine Schuld. Ich hab wieder keinen Schluss abgefahren. Kann ich noch ein Teamkirchen machen? Oh! Arsch! Der ins Knie geschossen. Also Kiwi, die Frost hättest du schon beim ersten Mal haben können. Müssen. Was? Ach, im Chat unterhalten die sich wie... Eben mit dem Essend. Ach so. Wie der Kiwi spielt. Ach so. Ja, das Dumme ist ja, dass die eigentlich immer nur mein Aiming sehen und sich dann wundern. Hä? Da hinten steht da noch ein bisschen Bienen. Was ist denn das, ist der Behindert? Ich find's sehr schön, wie man sieht, wer das Spiel macht. Gewehrmacht. Brrrrt! Aber wen nehm ich denn da jetzt? Das ist für mich nur mein Aiming. Ah, ich weiß auch nicht. Ich, äh, Maverick. Ach, ich nehm den Leon. Leon, der Profi? Nein, nicht Leon. Ich nehm den Leon. Der ist doch Franco-Canadier. So. Da ist der Frank eigentlich rausgegangen mit dem Chat. Was? Ach ne, ist er da. Der Frank war in so einem Stand-by-Modus. Wird jetzt wieder eingeschaltet. Da ist auch das Mikrofon hochgeklackt. Wie so eine Ex hier. Wenn's kalt ist, dann fährt er ein. Dann müsste er immer regungslos hier liegen. Ja. Ich komm nach Hause. Ja, hier im Keller, Keller, Keller. Ich komm so nach Hause und der Frank liegt unter so einem riesigen Stein, um sich zu wärmen. Dann wächst irgendwas Warmes daneben und dann, dann wacht er wieder auf. Ja, und ich stehe auf sein. Ja? Sorry. Erzähl ruhig. Ihr müsst jetzt aufpassen wegen Puls. Also, wenn ihr über irgendwas mit Holz läuft und der unten drunter sitzt, dass ihr euch nicht wegbombt mit dem C4. Aber ich scanne ihn jetzt gleich mit der Kiel. Ach, das ist ja ein cooler Trick. Irgendjemand fehlt. Ah. Oh. So. Also, hier ist die Kamera. Ah, die piken. Die Spawn piken. Oh nein. Bleibt in Deckung. Deckung. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Was darf ich? Och Mann. Frechheit, ey. Könnt ihr mal kurz pingen? Rechts obere Fenster. Rechts obere Fenster. Oh. Ah. Aua. Sorry. Halt immer die Windows, dass der nicht rausrennt. Bitte. Ja, guck mal, dass das Fenster kommt. Ich glaube, der ist weggelaufen. Ne, gut. Ah, ne, der ist auf den... Er ist wieder drin. Boah, du traust dich was mit. Ich hab das linke Fenster. Ich hab auch das linke. Dann holst du den Diffuser, soll ich den hauen? Ich holen, ich holen, ich holen. Ich bin schon da. Ich holen, dann gehen wir oben rein. Können wir uns nicht aufteilen? Okay. Ne, ich lauf, ich lauf. Ich könnte mal scannen. Ist das vielleicht ne Idee? Das mach jetzt auch mal. Blende mal. Erdgeschoss. Hab keinen erwischt. Die sind ja auch im Keller. Okay, Diffuser haben wir schon mal. Also könnten wir ja eigentlich schon mal... Oh, oh, oh. Natürlich von unten. Und ich... Warum guck ich da hin? Lieber Chad, sag doch mal, warum hab ich da jetzt hingeguckt? Ja, man. Haha, ich hab mal wieder einen Kill gemacht. Guck mal, da hab ich gleich zwei Ränge nach oben gegangen. Krass. Darf hab ich mehr Tode. Alter, da kommt dir mal die Kills an, die Statistik. Ach du Scheiße, 22. Ich glaub, der hätte auch komplett alleine spielen können. Ne. Du brauchst ja... Allein wegen dem Bedrohungsfaktor schon nicht. Wir sind Operation Lebendes Schild. You need to be connected to Rainbow Six. Beklebt uns an sich dran. Ich bin nicht mit Rainbow Six verbunden. Okay, dann macht mal Leaf as a team. Wer ist denn Leader? Ja, ich, ich, ich. Guck mal, ich hab 394... ...Euronen. ...Reunonen. Oder wie heißt die Nummer? 590 habe ich ja gekommen. Boah, krass. Hast du einen Booster an? Nein. Hast du einen Booster? Nein, ich trinke Flying Power. Hast du einen Booster? Bitte keine Schleichwerbung hier. Echt? Ja, nice. Und bitte keine Schleichwerbung noch. Das nächste Mal hier, Ralf. Sag bitte neutral Energy Drink. Hab's mir jetzt ins Gesicht gekippt, grad. Das, äh, den Energy Drink, ne? Oh, komm mal, das ist das nicht mal hier. Strong Force. Kennt kein Mensch den Namen. So, also ich bin dann jetzt mal raus hier. Ich sage tschüss. Tschüss. Schönen Abend. Tschö. Ja, 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 ne? Ich hab's nicht disconnected from your channel. Ich einfach alle abfacke. Radio Moderator. And the baby, and the baby. Sie hören, die hören, die hören, die beste, beste Musik. Die, 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 auf Kanal 20, 20. Machen wir weiter oder ohne Rang? Ah, ja, klar. Ah, jetzt können wir, könnte man direkt auch mit Rang machen. Ja, jetzt können wir. Meinst du, das lag am Ingo? Ja, was? Hä? Ich hab's doch. Wir haben doch schon Rang gespielt, also wir könnten. Wir können nicht wegen meinem Rang. Ich bin zu weit entfernt von euch. Ach so. Oh, 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 ja. Ich kann auch lieben, dann könnt ihr gerne rein. Kladdin. Nö. Nö, nö, nö. Mach unranked. Machen wir dann separat mal. Mach unranked, komm. Mit dir können wir noch was lernen. Mit dem Authenticator, das war wahrscheinlich etwa Robin oder der Ingo? Ah, komm, er hat doch hier geschrieben. Das Spiel backt krass rum. Muss morgen nochmal die Dateien checken. Bin raus für heute. Ich schreib mal tschö mit... Ach so. Tschö mit, äh, mit Cordon Bleu. Ach so, okay, stimmt. Ja. Ja, hat wahrscheinlich das Problem, was der Frank auch hatte. Äh, was ist jetzt was? Was? Ash? Äh, pff. Ash? Weiß ich nicht. Pff, okay. Warum? Naja, kann man mal machen. Oh, meine Ohren tun wieder weh. Die Kopfhörerische. Cordon Bleu, schreib mal bei anderen. Ja, ich hab's absichtlich falsch geschrieben. So, die ist doch behindert. Wow. Oh, ist aber nett. Jo. Kann man halt noch nicht. Wenn die selbst alle spielen wollen. Wahrscheinlich will einer, äh... Ach, wie, äh, Spurenleser spielen. So, stimmt. Aber, äh, wir hauen die Clash raus, oder? Ja, natürlich, oder? Ja. Die sackt halt wie die Sau. Aber ich weiß nicht, wird die da überhaupt gespielt, in dem Monus? Bombe. Ja. Nee, generell unranked, ranked. Ey, wie oft... Ich hab bei der mal das Gefühl, das ist so eine, das ist das Spiel nur so... Ja, aber die hat uns doch schon so oft getrollt, ey. Das gibt's... Ja, so Troll spielen die. Und dann stehen... Die steht vorne und zwei dahinter. Und du kannst nicht taktisch rein, weil die halt... Dich so unter Druck setzt mit den scheiß Blitzen. Was immer? Als ob sie der Imperator wär. Ja, Spießfächer. Überzeuge dich selbst von der Feuerkraft der Institution. Strecke mich nieder mit all deinem Hass. Und du hast den langen Weg zur dunklen Seite hiermit beendet. So jetzt der Imperator. Ja. Was ich mich gefragt hab in dem neuen Film. Wenn es ein Klon ist. Warum sieht der dann so alt und schrumpelig aus wie der andere? Man kann doch einfach eins zu eins klonen, oder? Meinst du, das alte schrumpelige wird mitgeklont? Also, wenn ich mich klonen lasse, würde ich mir doch einen geilen Jungkörper klonen. Und das Gesicht trotzdem schrumpelig. Er soll's Markenzeichen. Genau. Und nur... Er macht den Umhang so weg und ist so... Ist so ein bodygebildeter... Muskelgestellter... Da kommt ein Drone. Ach, die Drohne, die drollt mich. Bist du... Bist du du Dranlord, oder was? Ja, aber ich will doch meine Pfeilen platzieren und ich weiß jetzt, wo Sache... Oh Mann, ich weiß hier gar nicht, wo ich meine, äh, verstärkten Minion machen soll. Ja, ich bin auch wieder viel zu spät, man ist. Oh mein Gott, wurde ich gelischt. Oh mein Gott. Wo, 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 wo warst du? Oh mein Gott, ich bringe run-outed. Oh mein Gott. Ich hab versagt. I'm sorry. Ja, da warst du ja, äh, in den anderen Matches. Ich hab noch nie so'n Laufweg gesehen. Wow, wow! Ach, die Drohne, die Drohne hat mich geblitzt. Ach du, das Fenster ist weg, das Fenster ist weg. Dickassiert, dickassiert gerade, aber ich leb noch. Ah, ich will nicht gucken. Ah, das, das, das gibt's doch nicht. Garage, der ist jetzt schon fast drin. Die haben, die haben Amaru. Einer ist drin vor dem Mira, kommt Double Window. Zwei Leute, zwei Leute. Oh, das ist ja mies. Einer ist Tür drin, zwei Leute weg. Alter, wie hat der das denn gemacht? So schnell. Das war, das war nicht schlecht. Das muss ich nochmal sehen. Das muss ich auch nochmal sehen. Das war doch ein Cheater. Ach, boah, du Scheiße, Mann. Maus-Sensitivität auf 100. Ja, keine Ahnung. Dann tippt's so an und dreht sich so zehnmal. So, die ersten Zuschauer gehen schon wieder. Ich glaub, ich würd mir selber auch nicht zugucken. Würde ich mal gleich raus, das wird anfänge. Ja, man guckt zu, um zu lachen. Ach so, ja dann. Dann kann man mir zugucken. Also das Kapkan war ja voll für den Arschkrank. Was haben wir denn jetzt hier vom Direktoren-Lounge? Was ist oben? Secure the bar. Also, bitte die Fenster hier zumachen. Welche? Wo? Was? Die Fenster bringt es vorne zum Mender-B. Ach so, okay. Ja, zu schießen, die seien sich also. Am besten angewöhnen, nicht neben anderen Leuten zu reinforcenen. Immer die zwei Wände so setzen, weil jetzt müssen wir hier zu zweier noch hinlatschen. Kluck mal hier bitte. Okay. Oh, A noch. Na gut. Ne, was angewöhnen? Ich hab's grad nicht mitgekriegt. Angewöhnen, nicht neben anderen Leuten gleichzeitig zu reinforcenen. Weil? Ja, wenn die Person keine andere Wand mehr hat, das kostet Zeit. Also jetzt, so ist das eigentlich nicht wichtig, aber keine Ahnung, das nervt irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Ach so, weil man selber ja sowieso die beiden Wänder reinforcenen kann. Alles klar. Brauchen wir noch einen Motorrad. Ich mach hier nochmal. Hier mach ich mal eine. Oh, die schießen hier schon rein, die... Ja, die Amaro. Ja, die wollten trollen. Das macht doch keiner. Keiner gibt mir der Amaro so rein. Aber dafür sind sie doch da. Ja, aber ich hab noch nie gesehen, dass das irgendwann mal was gemacht hätte. Ja, aber... Bin ich's grad so bad. Liegt doch daran, dass sie einfach noch nicht... Runden in der Main Lobby reingegangen. Ah, hier können sie auch von hinten... Äh? Die letzte Bullet hat mir ein Header gegeben. Och, Mann. Da war die Tür am Up-Aim. Die pushen nämlich schon wieder. Einer schon. Ja, dead. Der letzte weiß ich nicht wo. Wir legen hier Granaten rum. Good job. Geil. Boah, das ist gar nicht so gut gestartet. Er guckt, Klassiker. Ich hab nicht hoch genug gezählt. Dann aufs Spawn zu peeken, die kenne ich auch. Bei ihm irgendwie. Aber das Amaro-Ding, das hört und sieht man einfach viel zu früh. Ah, ja, komm. Geh ich nicht spawn-Pink, dann bleib ich on-Spot. So. Ja, aber wenn die Amaro ändern, dann wird die ja besser. Ja, stimmt. Merkt man das erst viel später. Durch den Hedge. Das ist so krank. Und du kannst schneller die Waffe nehmen, ne? Ja. Ja, aber so bringt's halt gar nichts. Also, da musst du wirklich schon sehr abgelenkt sein. Um das nicht zu merken. Auf Wilkenny ist direkt hoch sein oder so. Ja, sie hat auch den Vorteil, dass sie die Hedges hoch kann. Ich wüsste zwar nicht, was das so viel bringt, aber sie kann's. Leg einfach mal ein bisschen barbeuer und traps auf die Treppen. Ich mach Hedge mit dem anderen. Gibt halt vier Hedges, die man hier rinchen muss normalerweise. Man kann auch den Survivor reinforcen, also hinten, wo dieser Tunnel ist. Aber muss man nicht. Nur wenn man, nur wenn man da spielt. Dann muss es auch nicht unbedingt kommen. Sagt mal, wer hat denn wieder eine Ruck? Hatte ich schon wieder eine Bär? Ne, hat er nicht. Oh Mann, tausendmal daneben geschossen. Achso, mal. Achso, ja. Was ihr hier mit Durchgang machen? Oder macht man nicht? Habt ihr noch Traps oder sowas für hier oben die Treppe? Ne, ich nicht. Und ein bisschen gucken, dass hier... Oh Mann, ich hab... Ich hab mein Zeug, dass hier gar nicht keiner reinkommt. Kann sein, dass da schon wieder einer drin ist. Also hinten hab ich eine feste Kamera reingemacht. Da kann man ab und zu mal durchgucken. Ich guck grad mal. Ach Mann, noch einer Garage. Ja, die haben Aim. Mit einem scheiß ACLG, Mann. Jetzt siehst du, wie wir uns die ganze Zeit fühlen. Da, da, da ist er. Hier, der Sack. Da rennt er. Maverick ist tot, der Splashbar. Einer kommt im Tunnel. Oh, der ist ja random. Komm schon, schnapp sie dir. Ah, die können auf A, gell? Oder ist die Valkyrie? Ne, wer sind das? Ella. Die Ella ist da, ja. Ich weiß echt nicht, was der Gegner macht bei der Ela. Der kriecht in Dirt rein. What? Ela on your stairs, maybe? Ah, Dirt ist diese dreckige Tunnel. Ja. Achso. Der kommt da reingekrochen. Liegend. Ah, ja. Ich sah Robin nochmal gejoined. Pfff. Weil der Robin immer liegt. Ja. Der Mate spielt Red Dot auf fucking Dog MP5. Ui. Okay. Wollen wir nicht mal ein Loch reinmachen? Da kommt gleich einer, wo du im Game hast. Ist jetzt schon... Is jetzt schon... Links. Was, links? Nein, nein, da, wo du im Game hast. Ach, da, ich weiß, was. So links die Tür. Dann gleich welche Game ist. Ja, der ist in der Server drin. Das ist der Raum, wo der Tunnel reingeht. Die sind beide da. Die sind beide da. Wahrscheinlich da. Ich bin gepinkt, weil ich mich raffen, dass mein Bulletproof kam ist. Jetzt kommt der, er kommt rein, er kommt rein. Ist drin, Planted. Beide drin, beide drin. Komm rein. Komm rein. Ah, nein. Warum habe ich den nicht gekillt, Mann? Die liegen im Spot, glaube ich. Ja, ja, die liegen da. Beide. Einfach draufhalten. Ah, da ist noch. Ah, ich muss nicht ducken. Der muss auch noch da rumliegen irgendwo. Hä? Der Fuhr ist einfach. Ach, der ist nicht tot. Der liegt da noch. Hä? Ah, jetzt. Er liegt in... Oh, good job. Was war das denn, bitte? What the fuck? Lag der in der Leiche drin? Hat sich nicht bewegt, dich nicht erschossen? Hä? Oh my God. Nein, nein, der lag. Der war down quasi. Ach so, geinjured. Ja. Ich dachte, der guckt mir einfach nur zu. Ich hab die ganze Zeit so, ah, gehört. Witzig. Ja, aber wer sich so merkwürdig verhält, trau ich alles zu. Ach ja, komm. Angriff. Was, was, was. Wer die Wahl hat, hat die Qual, ne? Sagt man so schön. Wer den Wahl hat, der ist fett. Komm, ich ne mal ein Kapitel. Da hab ich dieses geile Bild gesehen mit dem, mit dem, äh, Typen aus England. Ah, wie ging's nochmal? Ah, jetzt hab ich's nicht mehr in Loadout. Na, pass. Ah, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ist auch egal. Mein kleines Gehirn hat nicht so viele Windungen. Ihr seid schon da. Ich geh mal in den Kellern. Ich fahr hoch. Ich hab diesen unten. Ja. Bin direkt einem entgegengesprungen. Dann fahr ich auch. Ja, ab, ab. Geil. Ah. Na, bei diesen typischen Unrange-Spieler, die im Unrange-Tryharden, obwohl es um die nichts geht. Die was machen? Die Tryharden. Also. Und wird auf den Sieg schwitzen. Ich schieß ihm in den Arsch. Ach, geht noch nicht. Oh je, bist du krank? Oh, was ist das denn für ein Mist hier? Kacke, Mann. Ich glaub mal, nein, da siehst du. Das ist doch riesig. Oh, da ist einer draußen, der Witchel. Aber unten im Tunnel. Gehst du einfach rein, ja? Ich hab dir keine. Ne, ich wollte eigentlich die Drohne werfen. Aber ich geh über Garage. Weißt du was? Ja, das ist der Witchel. Direkt hier. Ich wusste, wo er ist. Und ich hab's trotzdem verkackt. Hat er nicht auch? Nein. Oh Mann. Hab ihn. Dauerfeuer. Aber Achtung. Hinter mir ist... Weiß ich nicht, ob da jemanden gekehlt hat. Ah! Scheiben, Mann. Du hast dich erschreckt. Die ist mir direkt ans... Die ist mir direkt ans Gesicht gesprungen, Mann. Nein, das ist natürlich... Okay. Warum neift die nur? Hat die Milch nicht? Nein. Investigated. Alles doch gut. Jetzt der Fuser liegt halt noch im Eingangsbereich. Boah, ich hab aber... Ah, wenn du die nicht hörst, Mann. Das ist übel. Kommt um die Ecke gerannt. Ja, der Random, der hat... Oh! Wen hat der da gekehlt jetzt? Weiß ich, ob die Caveira das war. What the f... Ja, ich hab ihn auch nix gesehen. Ich hab es nicht von wo? Nee, mit fünf Leben. Hab auch nix gesehen. Einer sitzt neben mir. Komm, geh rein, mach irgendwas. Bring noch einen. Die sitzen einfach random irgendwo in der Ecke rum. Jetzt schleicht der hier rum. Ja, vielleicht nix mehr. Oh, ich hab da einen Lebenspunkt. Hey, hey. Da kannst du recht viel machen. Fünf. Einen Lebenspunkt. Sorry, jetzt schau ich noch. Alles ab, abdrohnen hier. Ja, laden du. Ja. Wenn's Spaß macht... Der TKP-Clan, der... Total, total cool punkten. Achso, cool mit K, naja, okay. Oh Gott. Warum guckt der weg? Weil er geblendet wird wahrscheinlich. Nein. Nein, weil er... Kannst du dich nicht selber blenden. Ah, P4. Ah, P4. Snicker Fluid. Ich wusste am Anfang auch nicht. Aber ich mach aber auch noch diese Runde, dann geh ich pennen. Ah ja. Aber, äh, ja, schön, dass es so schnell mal wieder geklappt hat. Macht richtig Bock. Gerne. Ja. Weißt du, wenn immer mit den gleichen, ist halt so, dann irgendwann hasst man sich, weißt du? Immer mit diesen Loosern. Das lockert die Runde so ein bisschen auf. Weißt du, das ist wie so... Wie so ein Dorf, das so schon seit Jahrhunderten Inzest betreibt. Und dann kommt frisches Blut rein. Oh, das ist ein Vergleich. Nee. Was hast du... Wie ist denn nochmal? Mit Sommer oder so? Wie ist der Sommer? Ja, das ist ja... Ja, das ist ja... Inzest. Aber die holen immer einen rein, damit dann... Das so ein bisschen ausgeglichen ist. Damit sich alle behindert werden. Du bist ja kurz davor, von der Krippe zu sprengen, Herrscher. Achso, ja stimmt. Wenn ich abtrete, dann muss ein neuer Nachwachsen. Ja, mit dem Kochbrunnerfall. Da muss ein neuer Duplex kommen. Moisy, die haben meine Drohne gekauft. Da oben, da oben. Ah. Moisy. Der Sorg, glaube ich. Der Warden, ja. Er kennt man da im Anzug immer. Der ist richtig cool, gerade da die Brüste runtergejumpt. Oh, die werden sowas von Spawn peaken. Moisy, Moisy, please. So, here we go. Man, die Caveira sieht aus wie so ein... Wie so ein Wrestler. Furchtbar. Oben, oben, Run out of the balcony. Da, wo die Drohne gerade steht, wo man hinschuckt, ist ein Run out. Okay, okay. Das heißt, sie gucken da raus. Der hat sowas von Header kriegen, Digga, oder? Ja, 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 ja. Boah, das gab es. Ja. Hasten, geil. Warum treffe ich nicht den Kopf? Ja, nur warum rennt er noch mal raus? Ich wollte C4 werfen. Jetzt sieht man nix mehr. Ich höre, was C4 noch. Ja, das liegt da, aber der kannst du eh nicht mitzünden. Ja, das geht ja noch rum. Oben, Skylight is clear. Einer drohnt uns mit der Moisy-Drohne. Keine Station Engine. Geht man trotzdem oben rein, oder was? Okay, Moisy-Drohne ist weg. Oh, da liegt er da vorne. Der Lüge. Oh. Okay, gehen wir hier rein? Bakery, Cam, Hallway. Oh ja, wir sind alle auf einem Haufen. Ne, es ist keine. Einer hält Long, Hallway. Nice! Bandit, Dad. Wird gespottet. Bavara ist Skylight. Kommt einfach da angerannt. Und bittet mich, ging es hier weg. Bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen. Pass auf, die ist close. Die ist im Hallway, die ist im Hallway. Ja! Bitt in die Hallway. Die ist schon fast drin. Nein, lach, lach! Die ist rechts, rechts ist ein Loch. Die ist ganz rechts an der Wand. Bei euch. Hautzeiten. War die das? Ja, die ist der. Da ist noch einer links im Hallway. Links brennt es aber nicht reinlaufen. Links von uns. Runden mal oder so, damit ihr irgendwie Info habt. Hast du was? Ich habe, ich habe, ich habe. Und eine, ein, ab, das. Ja, ich gucke in den rechten Gang. Da links in der Doppelzüge. Da war der Mosi. Nee. Geht mal Skylight, geht mal wieder aus dem Raum raus durch das Double Fenster. Ganz schnell. Ja, die hat man noch 47 Sekunden. Oh, ich hab halt. Au, au, au. Pass auf, dass da keiner ist bei dem Skylight. Auf den Stairs oder so. Ein bisschen gucken wir so. Ja, wahrscheinlich keiner. Jetzt renn, 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 rein. Zu der, zu der Wand. Die rechts, die Wand. Green Forst. Breach. Ja, oder die, aber. Mach, mach auf, ich gucke. Breach. Und jetzt einfach rein und versuchen, irgendwie was zu holen, weil wir haben noch 24 Sekunden. Okay, du rechtlich links. Sonst einfach hin, leg hin, leg hin, leg hin, leg hin. Ah, jetzt, 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 jetzt. Das ist los. Wasserplatt. Ach, noch der andere ist vor der, vor der, vor der, vor der, vor der, vor der. Ach, die Valkyron lebt auch noch. Ach. Oh, nice try. Nice try. Ja, war knapp. Aber es waren noch zwei da, oder? Ja, ja. Valkyron, wo man die eine getötet hat. Ja, das war der letzte. Das war der letzte? Oh, man. Scheiße. Ein paar Sekunden hat er noch. Ich glaub, ich hätte die endlich gekriegt. So sad. That's so sad. There is no next time. So go. There was now, and we fucked it up. Ich hab' her da. Geil, Sau. Die können nur noch Tellers. Also, die können auch in die Mitte. Jetzt haben wir nix zum breachen, oder? Ich weiß nicht, komm. Ja, wenn diese Randoms mal schneller entscheiden würden. Nee, hier bist du krank, oder? Hier, Kiwi, du hörst dich ein bisschen krank an. Halt schon jetzt ein Anflug, aber ich huste sowieso immer viel wegen Allergie. Ah, ist ja jetzt wieder Allergiezeit, ne? Ja, nee, ich hab Hausstaub, also ist eigentlich durchgehend. Oh. Aber ja. Ein Kumpel von mir lässt sich jetzt desensibilisieren. Hast du davon schon mal gehört? Ja, den Arbeitskollege von meinem Vater hat gesagt, ja, dass das geht. Und es war auch gar nicht so teuer. Ah, hier macht jemand die Hedge zu. Hier, hier. Den ersten Shopperger. Hier, Open Area? Ah, nee, doch nicht. Abschuss. Oh, nee, Open Area. Der Kapkan am Senf. Schon wieder Chapmeter, sein Urgroßvater, Alter. Legion, Frost. Sein Urgroßvater. Ich kenn's immer nur, dass jemand sein Vater sei. Also irgendwie dieses Stau sein Vater, oder so. Wenn Stau ist, weißt du. Kamera, ich's weg. Kann da eine Diffuser nehmen, bitte? Gracias. Guck mal, hier kann man ja auch eine Leiter hoch. Ja, aber von da muss es dann wieder abseilen, ne? Here we go. Was machen wir? Garage rein? Nee. Vorne rein einfach. Seite. Hier, random. Ja, wenn ihr vorne reingeht, dann... Ach, der ist Letch, der macht einfach... Der macht die... Hier, hier. Hier kannst du runterspringen, hier. Weil da drunter ist ein Teil, dass du eigentlich kein Damage kriegst. Nicht so wie ich. Okay. Ah, ich weiß nicht, ob die... Hatte die Main Lobby gedrohnt? Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Am besten nimm mal alle Ecken mit drun. Ich schick zum Drohnen immer die falsche Taste. Vielleicht dann sind so farbige manchmal Leute. Da liegt aber dieses Mal keiner. Guck hinten an der Ecke. Guck mal Office genau. Geh schon mal rein. Nee, ist nix. Ist nix. Nee, alles sauber. Gänge scheinen frei zu sein. Äh, frei zu sein. Ich guck mal rein. Geh troppt. Ist dead. Geil. Guck mal, die linke Tür. Manas close auf der Treppe bei mir. Hier irgendwo. Ich geh hoch? Gern ein. Wo ist die Kamera? Habe eine gescannt. Manas open area. what the fuck bro vera ist oben drüber vera dead und keine fußabdruck mehr ich glaube hier oben ist keiner mehr ich würde die hatch hier aufmachen die vorne im hallway ist irgendwie gerade eine lange wand der ist hoch oder runter ist einer gelaufen ok sledge geht rein und schweiß ja auch noch auf wir haben noch einen weg vor uns wer schießt der da nach defrost defrost ah die hat mich war da hier äh was ist das lager die ganze bücher stehen scheiße wir müssen was ist diese scheiß trap meter mann kommt nicht bald noch ein trapper noch dazu ist eine trap ich hatte auch traps doch so annäherungssensoren dinge jaja aber die sind ja aber dann ist aktiv oh boy na gut schade es hat so gut angefangen naja ein paar runden waren ganz gut ja aber ich hab die meisten kills oh geil naja das nächste mal dann hab mir sie was von booster mitgenommen ich auch he 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 oder noch ne runde pf die waren silber och man ja ok dann noch eine runde wenn ihr noch eine zockt dann bin ich dann aber weg ich spiel noch eine eine geht noch komm oder ich spiel noch so lange bis ich 10.000 renounce hab ich hab 8688 und was gibts dann was holst du denn wollte ich mir moment oh alter ähm dann wollte ich mir einen skin holen universal den weißen da weil ich auf dem account keine skins hab also fast für keine rache von wem von wem von allen universal ah universal danke ja und weißes oder was äh ja also so schneetarnung ist das holen wollte ich hab ein cooles gesehen das war so weiß und mit rot dabei aber ich weiß nicht was das war ok irgendwie haben auch mal einen shop gerne gehabt naja also den den ich meinen den kann man sich so kaufen im shop ganz normal so ein standard ding also wirklich komplett weiß einfach nur ne weiß mit so also mit was drauf so grauen mustern i don't know so tarnfarben halt so achso ja 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 ok guck mal den sound aber lang jetzt einen hellen finn winter carmo und duars winter carmo ich weiß nicht ich glaub den finn wo sieht man da muss man in den laden gehen ne äh operator dann bin ich auf den operator gegangen hab einfach irgendeine waffe ausgewählt bin auf die standard skins und hab da guck mal und das ist eh noch dauert ich lege immer so lange die dummen skins ey also wenn du bei Weapon Skins drin bist bei Universal Weapon Skins dann äh ein Pfeil dann ist der äh krasser war ich ja noch nie der wieder nicht relativ weit unten in der zweiten Reihe ja wir sind jetzt aber so krasser ey auf der SSD drauf und es lebt trotzdem tausend Jahre äh hey Slater oh ok oh bro ich mein nicht jetzt die so wer soll weg und das sind das Cosplay oder sind sie dasselbe die haben die haben jemanden als Profilbild der so diese Termites Termite weg oha pfff das ist aus der Serie von hier hey was guckst du los du guckst dir mal die Leute an Profilbilder von den Dudes achso das Masken aus des Geldes heißt das ne mit den Masken jaja ja jeder von denen also diese drei mit dem LCD ach Tatsache ja waren die nicht sogar waren das nicht ne legendäre irgendwie so Frank du meinst doch die wären teuer achso in game ich mein die musst du mit äh Echtgeld kaufen 20 Euro oder so für einen Skin richtig ja 20 Euro die lohnt sich überhaupt nicht fände ich also keine Ahnung wenn man über der große Fan ist dann vielleicht aber ja wahrscheinlich so was schmeißen wir weg jetzt können wir Cavera wegnehmen oder Mute ne I don't know was meinst du egal ja komm dann komm Cavera ja guck mal jemand den Cavera wieder ruhig abgefuckt also die war jetzt nicht überragend aber sitzt halt überall rum oder kommt man hier ran wo man es nicht erwartet me too worauf hat er jetzt geantwortet äh keine Ahnung keine Ahnung war das gleich mit dem geschrieben mit den anderen Leuten geredet ne ja aber der hat Team geschrieben also in unserem Team Chat oh oder der dachte er redet mit dem hat es aber leider nicht getan man weiß es ja nie so was haut noch aus dem Clubhaus in Hunger alter oh ich hab heute 3 Sandwiches gefuttert ich bin absolut überfragt grad ich krieg noch Pfannekuchen geil ich bin schon den ganzen Tag Mittag seit ich aufgestanden bin jetzt spät nochmal die Pfannkuchen Diät Pfannkuchen Diät jetzt süß und mit Herzhaft nur Pfannkuchen ja geil morgens mit irgendeiner Schoko Dings da nicht nur Teller da diese Nussplee Nussplee was das heißt das so oder nur Tokar stimmt nur Tokar macht man hier jetzt ein Loch rein oder also keine Ahnung wir haben halt so Standardauftrag ich weiß noch nicht ja da wo du grad reinfasst eigentlich auch nicht aber passt mach einfach zu keine Ahnung wie Strat lernt ihr wenn ihr rankt auch nicht zu Garage eigentlich aber ihr könnt die auszumachen naja die Sache ist wenn ihr dann Ranked spielt und da reinfassen so oh ich hab grad einen Lecker gerade Nachteile weil man hat nicht diese Vision man kann zum Beispiel aber ist jetzt ein krasses Beispiel ich hab nicht mehr mehr Aim auf die Drohne es ist komplett vorbei ähm hier wenn man seht ihr mich? ja wenn man hier auf dem Tisch steht kann man hier aufschließen ah ok kann man da aufschießen die Wand und wenn dann hier ne Rotation ist kannst du auf die kannst du auf die Garage Stairs gucken ja dann kannst du halt so alleine oder mit wenig Leuten ziemlich viel halten ähm wo stelle ich mich denn mal hin ähm wo stelle ich mich denn mal hin also auf jeden Fall einer oh da hat was gesprengt ja oben 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 rechts von mir haben sie dead das war Yubana ok nice hat die Breaches? ja ja hat sie 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 ich höre sie nix ich guck mal die haben die Standard-Cams das muss man sich angewöhnen Standard-Cams machen natürlich kann da auch immer der Valkyrie Cam und so was sein aber ich überlasse es denen die standard-Kameras wegzumachen ist mal gut wegen Vision Info und so was oh ich höre wieder schlagen oh bei mir aber ich weiß hinter dir bin ich doch nein ich meine oh die haben da aufgeschweißt das Maverick-Löscher aus der Treppe vielleicht hier hier also andere Raum oder was? ja ja ich habe mich gedroht die Penner da haben sie auf jeden Fall Löscher reingeschweißt da wo der Vigil ist wird keiner sein ja also ihr habt nicht mehr Vergangenheitsraum äh I don't know what I'm talking about nice oh boy muss gar nichts machen aber ich geh trotzdem jetzt mal gucken was geht denn? ich will noch ein Kill machen oh du hast eingefahren nice shot aber die werden sehen zwar ultra kacke gezielt das ist denn der Eye-Check so das ist auch Gold oder so war ein bisschen besser jetzt wieder genau die Situation wie bei deinem Madlips was denn? ich hätte jetzt pieken wollen weil ich ach so oh bei dir äh Jascha bei dir ruckels der Sound? ja ja ist äh das ist an Internet abkackt ich hatte auch eben kurz ein Lack ja das kackt immer noch ab wem schreibt der denn hä? steh immer nur seine Nachrichten er redet mit sich selbst ach so ich muss ja einen auswählen auch man das war das man weiß das war das man weiß der krasser Putz oh die sind aber alle äh Nachbarn oder so ne? Nachbarn? die haben alle einen 80er Ping Kyle, Server oder ein Spieler ja die haben alle ja das sind Araber oder so warte mal wieder wegen sowas spielen wir nur ach ach die heißen ja auch so wie aus Haus des Geldes Nairobi, Professor, Berlin kenn die Namen nicht so heißen die die haben immer Städtenamen alle macht Hatches mach hier die beiden Walls please ähm und wenn ihr also wenn ihr wirklich Bock habt so Franks zu spielen und sowas dann guckt euch vielleicht Videos von YouTubern an wie zum Beispiel lasst mich überlegen das kann man eigentlich nicht so gut sehen weil keine Ahnung Crowley ist halt schon wieder so krass hochgegriffen so spielen wir auch nicht keine Ahnung ich hab grad kein Beispiel ich guck noch ab und so den Jericho ja ich wusste gar nicht was der ist er gut aber was ist der für ein Rang öh pss keine Ahnung der macht aber so viele Tutorial Videos ach so hoch er hat doch irgendwas gesagt was hat der denn für nen Rank ja kitchen ja hat er freeze that door two guys freeze that door two guys freeze that door was für ne Tür freezer for kitchen freeze that freeze that what the fuck my english is so fucking bad sind aber viele drin gleich gibt's nen zivilkill tüss jungie zivilkill wooo 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 ankündigung wo� we go an der stehen bleiben oder so nix also ne weint lässst mich mal in Richtung both ah dirt kommt einer wuuu kiwi hat die waffe gewechselt Wollt es nicht, warum schon wieder? Nein, kommentiert es jetzt. Nice! Ah, da sind nur zwei. Einer ist noch oben. Freezer. Was auch immer der da macht. Ist der über uns? Ich glaube, der kommt auch dort einer. Also Tunnel. Ich weiß nicht, vielleicht kommt einer Blue oder Garage. I don't know. Ja, der ist auch dort. Was macht der da? Der ist im Tunnel drin. Guck hier. Oh, das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht, Mann. Das ist gut. Wir haben den, maybe. Ich würde euch gerne wissen, wo der andere ist. Der ist vorteilhaft. Ich sehe aber niemanden. Lass euch mal da. Oh, der hat gejounted. Der hat gejounted. Ja. Ich lass euch mal da. Pass hinten aus. Oh, mein Herz. Alter. Wo ist denn der andere? Ist der Afka? Was war das denn für eine Stimmelage? Nee, ich glaub. Wo kam das her? Wer spricht da? Kitchen, Kitchen. Nice. Where is the last one? Da, da. Wo, wo, wo? Der teabackt die Kamera bevor er sie abschießt. Wo? War das das? Ihr merkt schon, dass er verloren hat. Where is the guy? Über euch, über euch, über euch. Hallo. Hallo, Freund. Willst du sein hier? Halt den fest, ich will den killen. Das wär mal was. Hello, Darken, smiley, aber. Das wär mal was. Er hat keine Zeit mehr. Ich werf nur ne Granate hier. Ist ne Dude. Hello Dude. Where are you? Noch mal ne Granate. Vorbei. Er hat aufgegeben, aber er saved seine KD. In Unraign. Was saved er? Hadi. Kill, death. Achso. Achso. Ist das so wichtig? Vor allem nicht in Unraign. Es gibt Leute, für die ist es richtig wichtig. Hm? Ich war immer so einer. Am Anfang. Die Edith war doch auch immer so am Anfang. Oder was heißt der Anfang? Ich hab aber immer noch die Probleme, dass ich immer zu langsam bin. Also ich lass mir immer zu viel Zeit und achte zu viel auf den Sound. Und denke viel zu viel nach. Deswegen verlieren wir voll oft Runden. Aber ich krieg's einfach nicht, äh, away. Ich krieg's irgendwie nicht hin. Ich mach's immer gleich. Alle sagen mir das und irgendwie... Im nächsten Moment steh ich wieder da. Ich bin dann ausgeschaltet. Ich hab schon mal geguckt. Ich hab alle Namen mal mit Song hinten dran bei YouTube eingegeben. Aber... Wie ist jetzt hier mit, äh... Soll ich hier auch noch machen? Ich hab keine Granaten. Ich hab keine Granaten. Ich hab nichts. Hat niemand was? Musst du die Randoms machen? Okay, es war da Rotation. And Rotation. Thanks. Warum zwei? Mach doch da! Oh boy! Vielleicht haben sie auch grad Mist. Also beide haben es halt. Egal, fast. Wir brauchen eigentlich nur ne Rotation auch zum anderen Spot. Also das ist eine Fenster. Das hasse ich. Da sterbe ich immer. Wenn man die Möglichkeit hat, äh, Rotations zwischen Spots zu schaffen, ist es meistens gut. Meistens. Und es gibt halt so, keine Ahnung, es gibt halt so Standardaufbau. Weisen. Ich wusste grad nicht, wie ich den Satz wenden sollte. Ähm. Standard Beats, kann man ruhig sagen. Mäßig, ja. Ähm. Die halt bei vielen so gespielt werden. Und die muss man halt lernen, keine Ahnung. Da musst du halt immer weiter rein spielen. Und irgendwann hast du das drin. Ich weiß auch nicht, ob das optimal ist, was ich spiele oder wie ich die platziere. Teilweise ich lerne auch immer noch dazu. Ja, wie überall nie. Ah, die schießen hier bei mir rein. Dieser dumme Spruch da. Man hat nie ausgelernt. Oh, die breachen da. Ich try mal was, was nie funktioniert, wenn ich Rank spiele, weil ich einfach scheiße bin. Hä? Aber maybe funktioniert es jetzt, weil die das nicht raffen. Ja? Shhh. Ich renne mal raus. Was nicht auf die Tür jetzt hier offen ist, bei mir. Also, was heißt Tür? Fenstertür. Oh mein Gott, I'm so fucking bad, man. Die sind auf jeden Fall draußen, oder? Let's go, boys. Ja, die schießen von außen rein. Ach, wenn man mit der Sekundärwaffe läuft, ist man schneller, by the way, falls ihr das nicht wisst. Okay. Okay. Nochmal? Wenn man mit der Sekundärwaffe läuft, rennt, ist man schneller. Warum ist jetzt zu? Ich weiß nicht, ob... Da läuft noch einer, da läuft noch einer. Ja, die machen uns die Piercing-File. Ah, jetzt hat er, jetzt hat er geguckt. Bin tot. Immer noch außen, Ivana. Haha! Scheiß. Ich muss noch die Camps ausmachen. Wo ist er denn? Ja komm! Ja komm! Ja komm! Ich hab's nicht gemacht. Er ist gelandet. Landgranate! Ich bin fullflashed. Scheiße. Ja, hab ich, hab ich, hab ich. Noch einer, mach noch. Der ist unten irgendwo. Ich hör den die ganze Zeit laufen. Glaubst du? Oh, der ist ja draußen. Der ist auch draußen. Der ist auch draußen. Ja, der fährt ihn sehr gut. Sehr gut. Ah! Einfach... Ich hab's da halten. Ich hab's da halb. Runter. Kannst auch warten. Die Sophia. Let's go, boys. Nice, nice. Die Sophia. Der Chexor hat auch das Skit. Vielleicht will der in diesen Clan aufgenommen werden. Ein Kumpel, mit dem ich auch spiele, auch schon heute. Der hat die von der ganz ersten Season. So geil. Das ist so krank, wie geil die sind. Die sind quasi, kann man sich vorstellen, wie bla... Oder kennt ihr Glazier? Ähm... Ne. Die sind... Die sind... Aus den ersten Seasons irgendwann? Auf jeden Fall, die sehen aus wie Black Eyes, ähm, mit Prolic Skin. Also mit diesen goldenen Sechsen und so. Die sind so krank heftig. Und die haben halt nur die Leute, die so von ganz Anfang an spielen. Kannst du auch nicht mehr kriegen. Warte mal, du redest jetzt von... Skins. Waffenskins. Achso, Waffenskins. Was hast du gesagt? Black Eyes? Das... Ja... Also... Ja... Dieser Waffenskin, dieser Glazier. Ja. Der sieht aus wie eine Kombination aus, äh, Black Eyes und, äh, diese Prolic Skins. Also die goldenen mit der 6 und so. Okay. Die sehen aber richtig heftig aus. Und das sind die geilsten Skins. Und, äh, wenn du den... Wenn du die auf dem Account hast... Eben hat... Einer gemeint... Ich glaub... Das stimmt. Müsste eigentlich. Wenn du die auf dem Account hast, die sind glaub ich 1000 Euro wert. Oh man. Also wenn du den Account verkaufen würdest, rein theoretisch. Was ja eigentlich nicht erlaubt ist, oder doch? Accounts verkaufen ist doch nicht erlaubt, oder? In Deutschland. Klar, das ist natürlich Internet... Also, und mehr OV kannst du verkaufen? Ja? Ich glaub nicht. Weil ich hab irgendwo mal gehört, dass es illegal ist. Echt? Hm, keine Ahnung. Aber es ist auch schon länger her, dass ich das mal mitbekomme. Ich glaub, das ist aber irgendwie so, um die Unternehmen halt irgendwie zu schützen, oder? Dass sie... Oder halt mehr Profit... I don't know. Weiß nicht warum. Ja gut, wenn du den Account nicht benutzt. Ja, okay. Aber dann machen die halt keinen Plus, weil du die keinen neuen von denen kaufst, sondern von einem anderen. Ah, okay. Best vielleicht. Keine Ahnung. Das ist der einzige Grund, wenn ich mir so vorstellen kann. Kann sein, ja. Ja. Ich war auch schon ein paar Mal mitbekommen. Oh mein Magen... Gehen wir von oben rein? Ich muss früher essen gehen. Oder was... Was machen wir hier? Könnte Jana vorschicken. Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Da ist jetzt keiner mehr drin. Drücken. Da droppen. Ich mach mir grad nur ein Loch. Das ist... Das ist mal kann... äh... auf den stairs mit der shotgun ich glaube die sind alle auf den punkt von einer drohen von euch ja ich bin auch schon zu müde alles gut noch mal oben ich habe hier auch noch egal der macht das ohne dron ich glaube der hat das ja der hört nichts gemacht ich habe ein kill machen ich kann ich komme neuer klar der hat aber gewonnen extra die jahre genommen ja geil ist ein geilen arsch sieht und ich habe extra den cowboyhut aufgezogen wo sind denn hier die besten stoten was wir ganz am anfang gemacht haben um so die kameras und die maps auswendig zu lernen war die maps ablaufenden custom games mit wo die standard cams sind ja aber natürlich auch machen mit rotations und reinforcements und placement haben wir auch gelesen dass das helfen soll aber ich würde erst mal glaube ich ein bisschen mein aiming trainieren indem ich halt die bots weg weg sind einfach spielen oder geht jetzt auch was so ich dachte ich wollte auch wir können auch eine runde machen wenn ihr wollt dann laden stamm mal in wegen wegen terror und wenn ich jetzt auch oder kasten egal weil wegen da hat mir einer gesagt wenn man also wenn man ein visier auf eine stelle hängt und dann halt in verschiedene richtungen läuft und die distanz verändert und dann halt versuchen immer auf einer stelle oder sich an einer sache zu fixieren und beim laufen immer drauf zu sein dass man dann merkt ob jetzt die sensibility oder lds ob das zu hoch oder zu niedrig eingestellt ist was findet die was für eine dpi spielt ihr von der maus her 500 500 ja keine ahnung also die meisten spielen 400 also ziemlich viele und low low sensibilities und so sind in dem game eigentlich besser ja natürlich auch leute die high spielen aber das schon schwieriger sensitivität habe ich 16 wo jetzt in game verticals oder beides und lds 69 ja ich bin ich will auch 500 also ich war auch 400 aber das hat irgendwie nicht gepasst dann bin ich auf 500 man muss halt ausprobieren immer weiter bis man dann eins hat was relativ gut ich spiele schon so lange 500 dass ich es schon so drin in mir und manchmal mache ich auch reflex artig gute gute headshots aber das ist halt eher selten genau das kann man auch üben wenn man sich zwei punkte nimmt und zwischen denen hinterher fliegt und versucht immer drauf zu sein ja ich müsste noch mal training grounds machen als bett ist ach so ja oder so hat die terrorhand elimination drin oder macht die verteidigung weil elimination ist eigentlich das was dafür am besten geeignet dann eliminieren ich habe ich habe nur bombe legen rausgenommen weil es nervt also elimination werde ich nehmen und dann irgendwie eine map option muss ich das einstellen genau options dann ganz links general ist ja schon drauf dann matchmaking preferences also einstellen links general pasta allgemein spiele suche einstellen generell spiele suche einstellen hast du da training ground da kannst du alles einstellen und dann soll ich nur eine märchen dran lassen elimination ja okay also hat nur das klar wenn er was anderes spielen willst kann es auch drin lassen das ist halt so das was am besten ist weil das geht schnell und du kannst durch rennen und dann ist alles weg der oryx hat ja haare auf den armen was halt auch ziemlich abfuckt manchmal wenn man einen terrorhand gespielt hat man denkt so jo alles drauf läuft und dann gehst du uns zu rankt und dann spielst du wie ein stück stück kot stück schokolade genau schokolade ja ist halt was ganz anderes terrorhand an echte spieler die bewegen sich halt nicht so das movement das docken das lehnen pixel das alles ich weiß gar nicht wie das eine schwierigkeit ist ich hab's noch nie gehört schon normal was waren das was ist das jetzt normal okay ja alles gut alles gut normal ist gut ich spiel auch noch auf normal wer ist halt keine ahnung also eigentlich sollen das ja nur ziele sein weißt du die terroristen die sollen ja keine ziele sein die wegkleidst und bei wenn du realistisch spielst das schaffen wir manchmal sogar nicht ja weil die dann irgendwie auf den kopf schießen sofort und so die wallbangen ja auch die haben einen wallhack quasi und so das skandal und willst du nicht scheu haben gegen die das dann realistisch teilweise besser als die man jetzt schon reinkt ihr könnt ihr könnt euch überlegen ob der jetzt einzelschuss macht also mit b einstellen genau mit b einstellen ob wir jetzt einzelschuss drin hat dann könnt ihr versuchen zu machen kommt oder ihr lauft so durch und versucht hat auch mehrere in einem raum wegzumachen ja ich hatte ich komme mit einstellschluss nicht klar echt ich finde den spread ich mache ich finde die do keby ganz cool ich finde es auch geil dass der maverick dieser einstellschluss hat das ist halt auch so eine sache dass man lernt so gut ist eben zu haben dass die die erste oder die ersten drei bullets drauf sind auf dem head so weil meistens ist es halt so dass du nicht direkt den head triffst und dann ist er war vor dir drauf und dann hast du halt schon von der erste hit muss halt tödlich sein rein wenn halt auch mit der pistol keine ahnung bisschen ist ja noch mal was anderes war die nur ein zeit hatten ja das ist ein bisschen nervig weil man es unten drunter sieht man nix genau ja bei manchen dass es gibt der fisslister geht das aber das was du meinst und was nervt irgendwie an terron ist c4 ich verstehe nicht warum die das noch nicht ausgenommen haben sprenger haben die ja weggemacht die letzten drei kommen immer eins zu einem hingelaufen also wenn alle getötet hast außer drei dann kommt die immer zu dir ja dann mach ich doch mal ich höre doch was normalerweise sind die letzten drei zusammen wenn man nicht einfach mehr getötet hat die zusammensaßen ich höre doch hier bei mir ein weil es kommen immer zusammen weil es dicke buddies sind ja ich mache jetzt mal wenig sorry ist doch kein ding genau und man muss was ihr euch angewöhnen solltet wenn ihr das auf headlevel zu aimen also nicht runter zu gucken manchmal sondern wenn ihr ab aimt halt immer dieses headlevel dass ihr immer direkt auf dem kopf drauf seid dann braucht ihr halt nicht hin aimen du hast halt zeit und dann kriegst schnell die kill wir können noch mal die map oder eine andere ja mach grad nochmal mach mal wiederholen 400 und wegen spieler zusammen 400 so viel habe ich ja noch nie gekriegt was ich habe 100 bekommen dann mach jetzt mal mit mit kids ich versuche mit dem arcock zu lernen ich probiere mal hier maverick das mit dem kommt nämlich mal ok wie ihr könnt auch in terroland wenn ihr draußen seit dem gebäude klar kommen die teilweise raus gerannt dann müsst ihr die erschießen aber wenn eine reinforced wand ist oder normale wand könnt euch löcher reinschlagen und von einem zum anderen also als aimtraining so und dass sie genau die löcher trifft was ich mich immer fragen ist wann man den den frontgriff macht also den schnellen und wann man den ruhigen also jetzt seit diesem ein update was jetzt irgendwann kam wo die ads time und nicht hochgegangen ist also man braucht sehr lange um ins visier zu kommen bringt auf einigen waffen also dann merkst du den unterschied angelt ist engel fast dadurch boah blind vertical ist halt gut wenn du volle prezi auf der waffe haben willst das ist eigentlich unnötig aber klar und je nachdem wenn das waffen gefühl für dich nicht stimmt dann ist so einfach wir das am besten in die aus dem terroland oder was könnt ihr auch mit den lindungs den lindungs sachen machen längst du gerade läufst auf der stelle ah scheiße bei mir ist so ein symbol ah süß sind alle rausgeflogen wow die starke rainbow six fehler irgendwas verbindet rainbow six sagt tschüss ja komm dann hör auf dann ist das wohl ein guter stichwort die aufsätze müsst ihr halt auch ausprobieren womit ihr am besten klarkommen vom recoil her ob ihr jetzt flash hider nimmt oder kompensator je nach waffe dann ja ich hab auch schon geguckt zum beispiel beim lmg da ist nicht der macht die dauerfeuer hat auch mehr sind wenn du 150 schuss hast dann die ganze wand einschießen kannst so ja dann schlussfreude würde ich sagen so liebe leute wer immer noch guckt hier jetzt schön mit bis zum nächsten möge sagt man tschüss